Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet heute diesen Podcast wieder einmal Gerd Stegmaier, der Chef der Online-Redaktion. Und ich bin heute ganz besonders dankbar, dass du da bist, Gerd, weil ihr da draußen hört es vielleicht auch schon. Und meine Stimme ist heute nicht ganz so robust. Der Wind hat zugeschlagen, die Kita-Keime auch und ja, deswegen kratzt es jetzt etwas im Hals. Aber hallo, Gerd, schön, dass du da bist. Ja, servus Luca. Wirklich sehr ungewohnt, wie du klingst heute und ich unterstütze dich natürlich gerne. Zumal du dir heute einen Gast eingeladen hast, über den wir, glaube ich, schon ziemlich oft gesprochen haben und auf den du dich schon seit einiger Zeit freust. Ja, mir kommt das Thema auch gelegen. Wir sprechen einmal mehr über Batterien. Genauer gesagt über Batteriegesundheit, passend zu deinem Gesundheitszustand. Wir sprechen über den sogenannten State of Health oder SOH von Batterien. Ganz genau. Und da sprechen wir genauer mit Nikolaus Meierhofer vom österreichischen Startup Avilo. Und dem ist schon, ich glaube, seit zwei Jahren ein TÜV-zertifiziertes Verfahren entwickelt, mit dem sie den Gesundheitszustand von Praktionsbatterien im Elektroauto vermessen können. Und das Ganze dann mit Brief und Siegel dokumentieren. Und mit Nico wollen wir heute unter anderem sprechen, wie das funktioniert, was über den SOH es überhaupt zu wissen gibt, welche Voraussetzungen sich da im Laufe der Zeit verändern und was einen guten SOH-Wert eigentlich ausmacht. Und worauf man da vielleicht auch beim Gebrauchtkauf vom Elektroauto achten muss und wie man da die Spreu vom Weizen trennt. Weil der Akku ist ja eines der teuersten Elemente im Elektroauto und deswegen sollte der natürlich im besten Zustand sein. So gut es zumindest geht. Deswegen zuallererst, hallo Nico, schön, dass es endlich geklappt hat. Ich glaube, wir versuchen das ja jetzt schon seit knapp anderthalb Jahren, dass ich das erste Mal bei euch war in Österreich, in eurem kleinen Kabuff. Wobei du sitzt jetzt in dem Kabuff, ihr habt ja ein schönes Autohaus euch zugelegt. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Ja, servus. Servus zum Broadcast. Ich freue mich auch, dass das endlich geklappt hat, nach so vielen Anlaufversuchen und Verkühlungs- und Krankheitsfelden. Wir kriegen das hin. Nico, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, aber vielleicht kannst du auch mal für die Zuhörer noch kurz beschreiben, wer du bist, was du bisher gemacht hast und wie es denn dann auch zu der Gründung von Avilokam kam. Ja, also ich bin mit Leib und Seele Techniker und habe eigentlich schon als Kind mein erstes Elektrograd mit zwölf Jahren gebaut. Mit Schrott vom Schrottplatz, aber es war rein elektrisch fahrbar. Ich habe dann Elektronik studiert und habe vom ersten Jahr studieren an selbstständig gearbeitet und entwickelt Elektronik, Hardware, Software und bin dann später zu General Motors gewechselt. Ich war dort zehn Jahre, war in der Qualitätsabteilung, habe bis zum Händler besucht, Werkstätten besucht, aber genauso auch Fahrzeugwerke besucht und dort qualitätsmäßig betreut. Später dann Produktion geleitet, 300 Mitarbeiter, also da recht gute Erfahrungen sammeln dürfen. Und die letzten fünf Jahre, vor fünf Jahren circa, haben wir dann mit meinem besten Freund Wolfi, den kenne ich aus der Sandkiste fast noch, haben wir dann die Firma Avilo gegründet. Und die Geschichte war so, dass der Wolfi mich gefragt hat, Nico, sag mal, weißt du eigentlich, wie man so eine Batteriegesundheit von einem Elektroauto, Akku bestimmt? Weil ich möchte mal Gebrauchtes kaufen und die großen Automobilclubs können uns nicht helfen. Da gibt es nichts, die Hersteller haben auch nichts. Und dann haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt, wirklich bildlich in der Garage und vorher noch im Garten. Es war noch Schönwetter und haben da mal geschaut im Herbst und irgendwann haben sie mal ein Auto geschnappt, das wirklich auf Herz und Nieren untersucht. Und dann irgendwann beschlossen, da machen wir was draus. Und so haben wir dann, glaube ich, ein Jahr später die Firma gegründet, also vor vier Jahren eine GSMBH, eben die Firma Avilo. Und vor zwei Jahren, wie du richtig sagst, haben wir dieses TÜV-zertifizierte Verfahren an den Markt gebracht und verkaufen das auch recht gut. Damit wir jetzt vielleicht auch gleich alle vom gleichen Wissensstand ausgehen, kannst du vielleicht als Experte mal erklären, was ist der SOH genau, was ist Batteriegesundheit im Gegensatz zu Luca-Gesundheit? Oder meine. Gut, meine ist nicht angeschlagen. Deine auch nicht, Gerd, hoffe ich. Nein, alles gut. Genau. Also der Gesundheitszustand einer Batterie, es gibt hier keine Standardisierung, keine offizielle, es gibt auch keine Art Normierung. Es gibt einfach unterschiedliche Gesundheitszustände, mal so in der Literatur. Es gibt den energetischen Gesundheitszustand, es gibt den Ladungsgesundheitszustand, also den mit Ampere-Stunden. Man könnte sich aber überlegen, einen WLTP, also einen Reichweiten-Gesundheitszustand zu berechnen. Ich fange jetzt genau dort an, weil das wirklich wichtig ist, unserer Meinung nach, und darum machen wir das auch sehr ähnlich. Ich kaufe ein neues Auto mit einer WLTP-Reichweite, zum Beispiel 400 Kilometer. Und letzten Endes ist genau das, was zählt, das wird homologiert, das wird sozusagen geprüft, das wird nachgewiesen, dass das Fahrzeug auch diese Reichweite kann. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist jetzt einmal vollkommen unwichtig für diese Diskussion und für diesen Gesundheitszustand. Wenn das Auto jetzt in die Jahre kommt oder einfach altert, habe ich halt statt dem, wenn ich wieder den WLTP-Zyklus nachfahren würde, würde ich diese 400 Kilometer natürlich nicht mehr erreichen. Ich erreiche zum Beispiel nur mehr 300 Kilometer. Und dann wäre das, wenn ich auf WLTP-Basis wäre, wäre das der Gesundheitszustand von 75 Prozent. Wieso? Ich würde einfach 300 Kilometer durch 400 dividieren. Der große Nachteil oder das große Problem ist, ich müsste, um jetzt nach drei Jahren diesen Gesundheitszustand zu ermitteln, müsste ich jetzt auf einem Prüfstand diesen WLTP-Zyklus nachfahren. Das kostet entsprechend viel, ist ein sehr großer Aufwand, aber dann hätte ich die wirkliche perfekte Sache. Aber wie wir verstehen, es ist nicht handelbar, in der Masse schon gar nicht. Also das ist so das Thema. Das ist einmal die Grundlage, das wäre einmal eine Art von Gesundheitszustand. Also der nennen wir jetzt Reichweiten- oder WLTP-basierte Gesundheitszustand. Wir haben uns gesagt, okay, was kommt der Reichweite am nächsten? Sind es die Amperstunden, sind es die Kilowattstunden? Und dann haben wir uns gesagt, ja, natürlich sind es die Kilowattstunden, also die Energie. Und daher ist der Gesundheitszustand, den wir bestimmen, der energetische Gesundheitszustand. Das heißt, wir schauen, wie viele Kilowattstunden kann man mit dem Auto nach drei Jahren fahren, von 100 bis 0 Prozent, und vergleichen das mit den Kilowattstunden, die ich entnehmen konnte, von 100 bis 0 Prozent im Neuzustand. Also nichts anderes ist Zustand zu Neuzustand, aber eben Kilowattstunden und das von 100 bis 0 Prozent, weil auch das für die Kunden nachvollziehbar ist und eher als nutzbare Reichweite gilt, weil was nach 0 Prozent kommt, ist für wenigste Leute nutzbar. Weil du es gerade angesprochen hast mit den Amperstunden, das ist, glaube ich, auch noch was diese Elektroauto-Community um uns und auch mich als Nicht-Physiker immer ein bisschen umtreibt. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesen Amperstunden und den Kilowattstunden? Weil irgendwie ist es ja doch das Gleiche und irgendwie halt auch am Ende nicht. Ja, also Luca, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, es ist überhaupt nicht das Gleiche. Es wird nur sehr oft landläufig, auch in den vielen Berichten geschrieben, Kapazität. Und das ist auch so, weiß ich nicht, mein Fass, mein 100-Liter-Fass hat eine Kapazität von 100 Liter. Ist auch nicht richtig, es hat einen Inhalt von 100 Litern sozusagen, ein Volumen, rein physikalisch jetzt gedacht. Und es ist bei der Elektrotechnik halt in dem Fall fast noch gravierender, weil in den Kilowattstunden steckt die Spannung des Packs mit drinnen. Und in den Amperstunden steckt die nicht drinnen. Also nur um jetzt ein Beispiel zu nennen, ich nenne jetzt keine Marken, sondern ich nehme einfach an, ein Akku hätte 100 Amperstunden und wir hätten ein 400-Volt-System ganz grob, dann hat dieser 100-Ampere-Stunden-Akku bei einem 400-Volt-System gegenüber einem 800-Volt-System einfach die halbe Energie. Weil einfach die Spannung doppelt so hoch ist bei 800-Volt-Systemen wie bei 400-Volt-Systemen. Das ist einfach jetzt ganz grob die Regel. Das heißt, man kann einfach sagen, die gleiche Amperstundenzahl würde zur doppelten Energie in einem Hochvolt-System führen. Und daran erkennst du, Luca, dass es eben ein gravierender Unterschied ist. Also wirklich ein gravierender Unterschied. Aber auch wir sagen teilweise Kapazität ganz selten, weil es einfach, ja, es ist halt einfach üblich. Und wenn ich sage Energie, dann vergleichen wir ganz gerne mit dem Energiezähler im Haushalt. Was weißt du, dem Kilowattstundenzähler, den kennen die Leute dann wieder. Verstehe. Was noch so ein Thema ist, du hast es auch gerade angesprochen, das Thema Kapazität. Wenn man ein Auto kauft, dann gibt es ja immer wieder diesen Punkt, dass es eine Netto-Batterie-Kapazität gibt und eine Brutto-Batterie-Kapazität. Und die bezieht sich am Ende auch wieder auf den SOH. Das hast du ja gerade schon angedeutet. Wie genau ist denn das jetzt? Von welcher Netto- oder von der Brutto-Kapazität? Wovon geht ihr da aus beim SOH berechnen? Genau. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist so, wir sagen, darum habe ich das vorher gesagt, die nutzbare Energie von 100 bis 0 Prozent. Also ich sage jetzt wieder bewusste Energie, weil du hast Kapazität gesagt. Genau. Also Energie, das ist wirklich wichtig, dass wir das jetzt versuchen in diesem technischen Podcast da immer wieder sozusagen richtig zu stellen. Von 100 bis 0 Prozent, diese Energie betrachten wir auch als Referenz, also im Neuzustand sozusagen. Die vermessen wir auch. Und das tun wir schon immer, also seit uns die Firma, seitdem wir sie gegründet haben. Und es ist so, dass wir eben festgestellt haben, dass am Anfang alle Hersteller unisono wirklich immer die im Katalog oder Prospekt angegebene nutzbare Energie, genau jene war von 100 bis 0 Prozent oder von 100 bis 0, also von Vollkilometerreichweite bis 0 Kilometerreichweite. Warum sage ich das jetzt so? Es gibt Fahrzeuge, die zeigten noch immer keinen Prozent an, auch neuere Fahrzeuge haben das jetzt nicht angezeigt wieder. Und dann meinen wir bis 0 Kilometerreichweitenanzeige. Also die 100 bis 0 Prozent im Display oder bis 0 Kilometer im Display. Das war früher die nutzbare Energie, laut Prospekt und auch tatsächlich nachgemessen von uns, bei Neufahrzeugen, bei vielen, vielen Hunderten Neufahrzeugen. Und haben das festgestellt, seit circa zwei Jahren ist es jetzt so, dass wir bis 0 Prozent diese Energie aus dem Prospekt nicht mehr nachvollziehen können, sondern nur bis zum Stillstand des Fahrzeugs. Also das ist dieser große Unterschied. Wir haben gesagt, wir haben einmal einen Standard, einen Avelos-Standard definiert, nämlich 100 bis 0 Prozent ist für uns nutzbar. So werden wir den Bezugswert berechnen oder bemessen und auch den zu testenden Fahrzeug Kilowattstundenwert. Und daher, wenn wir von dieser Definition nicht mehr abgehen, macht einfach keinen Sinn. Ich ändere nicht mitten in einem Prozess oder in einer Bewertungsphase einfach eine Definition oder eine Berechnungsgrundlage. Und es macht auch keinen Sinn. Wir haben mit vielen Kunden und auch Partnerbetrieben gesprochen. Nutzbar ist bis 0 Prozent bestenfalls, aber nicht unter 0. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich definitiv nicht so. Wenn ich nicht mehr fahren kann, ist mein Elektroauto wertlos. Von daher ist das in meinen Augen auch relativ müßig, dann darüber zu diskutieren. Aber jetzt ist es doch so, dass diese nutzbare Energie, bewusst nicht die Kapazität, sondern die nutzbare Energie vom Batteriemanagement-System ja eigentlich erst gegeben wird. Hat das da nicht einen riesen Einfluss darauf? Kann das nicht auch so Überkapazitäten quasi zurückhalten, die dann hinterher erst rausgeben? Ja, natürlich. Also das ist so. Das sehen wir auch schon bei ein paar Marken. Da gab es ja auch eine Publizierung von uns. Manche Marken machen das besonders gut oder manche Fahrzeugtypen, manche Batterietypen. Du darfst auch gerne Marken nennen, das ist kein Problem für uns hier. Ja, also zum Beispiel BMW 94 Amperestunden, i3 mit der 94 Amperestundenzahl, das ist einfach der Wagen, der wirklich die größten Reserven sich zurückgehalten hat. Da redet man wirklich von 10 Prozent oben, also in Richtung voll und 10 Prozent unten in Richtung ganz leer, also wirklich physikalisch leer. Nicht tief entladen, andere Geschichte. Also noch im Bereich des spezifizierten Datenplatz der Zelle. Und das hat den riesen Vorteil, also das ist ja mal auch ein technischer Vorteil, dass dort die Alterung sehr, sehr langsam voranschreitet, weil einfach sehr viele Reserven, Puffer oben und unten zurückgelassen werden in der Batterie. Und es hat auch den Punkt, natürlich bewerten wir, wir wollen ja aufs Nutzbare gehen. Das heißt, was letzten Endes die Reichweiten entscheidend ist und das ist die Quillewaltstundenzahl von 100 bis 0 Prozent und nicht der Puffer oben oder unten. Das ist nicht entscheidend für seine Reichweite. Und natürlich kann da, ich sage einmal, optimiert werden nachher noch in späteren Jahren. Aber es ist einfach so, wir haben das oft erst festgelegt und das macht auch den meisten Sinn, auch das Feedback von vielen, vielen Kunden, die sagen, ja genau, das ist es. Ich nenne dir jetzt ein Gegenbeispiel, wenn wir jetzt auf die Bruttoenergie gehen würden, Annahme gegen Gesundheitszustand und der Kunde sagt, ja, aber das nützt mir nichts, weil ich kann das nicht nutzen, ich bin einfach eingeschränkt von der BMS, dann hat der Kunde 100 Prozent recht, oder? Also du gibst dem wahrscheinlich dann recht, genau. Für einen Second-Use-Markt, da ist der Brutto-Gesundheitszustand dann wichtig, natürlich, weil dann ist vielleicht das Auto gecrasht, Karosserie total schaden, lohnt sich nicht mehr, aber ich habe 80 Kilowattstunden mit einem Gesundheitszustand vielleicht von Brutto 90 Prozent und das interessiert mich dann für meine Heimstorage-Anlage oder für meine Stationärspeicher natürlich. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist ein anderer Annahmungsfall. Für das gibt es dann natürlich auch entsprechende Batterietests irgendwann einmal, wenn dieser Second-Use-Markt kommt, wo wir dann auch diesen Brutto-Gesundheitszustand auswerfen. Okay. Warum lässt denn BMW beispielsweise so große Reserven? Ich glaube, dass BMW, also ich kann es auch nur mutmaßen, aber BMW hat ja, das war ja für die so eine Art Aushängeschild, dieses BMW-Fahrzeug, das ist der i3, das war ja ganz neu entwickelt. Man hat hier alles mögliche an wirklich tollen Technologien ausprobiert, vor allem Carbon, neue Materialien, gut recycelte Materialien. Und ich sehe zunehmend, oder wir haben jetzt die letzten Jahre bemerkt, dass sie einfach hier wirklich auch bei der Batterie wirklich absolut Hightech eingebaut haben und sich einfach auch sicher sein wollten, dass die Batterie lange hält. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, dass sie gesagt haben, wir wollen hier Reserven große oben und unten haben, denn das ist auch entscheidend für eine ganz langsame kalendarische Alterung. Aber da kommen wir vielleicht eh noch später im Gespräch dazu, zu diesem Thema kalendarische Alterung. Aber da hilft ein Buffer oben und unten sehr gut. Ja, das war eigentlich auch eher der Hintergrund der Frage, gar nicht so sehr die Motivation von BMW, sondern was hilft der Batterie dabei, wenn oben und unten große Reserven sind? Also warum tut ihr das gut? Warum lässt sie das langsam altern? Also ich bin jetzt auch, muss ich gestehen, kein Chemiker. Ich habe nur viele, viele Datenblätter in meinem Leben gelesen und auch natürlich studiert und damit gearbeitet von Batteriezellen. Und es ist statistisch oder einfach so, dass es gibt die kalendarische Alterung und die zyklische Alterung. Und die kalendarische Alterung kann ich sehr stark reduzieren und nicht linear reduzieren, also sehr positiv beeinflussen, je größer ich Puffer oben und unten installiere sozusagen. Also je weiter ich mich von der wirklichen Vollgeladengrenze und von der Leergrenze entferne, also je näher ich zur Mitte gehe, zu den 50 Prozent. Und das ist so, nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt da von Zellherstellern ein paar wenige Publikationen, die haben einfach Zellen in verschiedenen Hüben, also Ladezustandsbereichen betrieben, haben tausende Zyklen draufgefahren und haben dann Messungen durchgeführt. Also ein aufwändiger Test, der dauert ein halbes Jahr fast im Gesamten und haben festgestellt, dass wenn man zum Beispiel jetzt keinen Buffer hätte und komplett ausnutzt, dann hat man so eine 70 Prozent SOH-Grenze, also nicht kaputt, aber bis 70 Prozent gealtert, von circa 600, 700 Zyklen erreicht und 500 bis 600 Zyklen schon, was extrem kurz ist, also sehr schnell ist, also sehr schnell gealtert ist. Wenn ich aber jetzt oben und unten nur so 5 Prozent Buffer installiere, habe ich schon 1.000 Zyklen. Und wenn ich oben und unten 10 Prozent installiere an Buffer, also nicht nutze, dann habe ich schon 3.000, 4.000 Zyklen. Also man sieht diese starke Nicht-Linearität und das ist wirklich beeindruckend. Und das ist, glaube ich, die Motivation gewesen von manchen Herstellern, hier wirklich große Buffer zu installieren oder sie aber auch dem Kunden zu überlassen, gebe ich ihn frei oder nicht. Also auch dieses Feature hat sich ja jetzt bei allen Herstellern durchgesetzt. Ich kann jetzt die obere Buffergrenze einstellen. Das können ja fast alle Hersteller jetzt schon, am Anfang konnte das ja nur einer. Aber hier muss man auch aufpassen. Das war bei dem einen Hersteller wirklich so, wenn da 100 Prozent eingestuhlt wurde, war das auch die physikalische Grenze in der Batterie 100 Prozent. Also das war auch brutto. Da war kein Buffer mehr oben. Das heißt, hast du diese Autos wirklich immer auf 100 Prozent geladen, haben die eine viel höhere kalendarische Alterung als jetzt zum Beispiel ein i3 oder ein anderer Hersteller, der oben noch ein bisschen Buffer zurückhält. Also das war ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bei manchen Fahrzeugen ist die 100-Prozent-Grenze, die ich selber einstellen kann, schlechter als bei anderen. Mhm. Okay. Dass ich da noch immer eine schöne Anekdote finde. Ich glaube, Mercedes hatte das doch bei der B-Klasse nicht. Die wurde doch immer nur von 0,80 betrieben, der Akku eigentlich. Da gab es so eine Taste in der Mittelkonsole, auf die du drücken konntest bei dieser Elektro-B-Klasse. Und dann konntest du damit dann quasi händisch vollladen. Einmal den Tank komplett oder den Akku komplett aufmachen. Sonst ging das nämlich auch nicht. Also es war, glaube ich, nicht nur Tesla, die das so mit diesem Stellschieber gemacht hatten, sondern Mercedes hatte das auch. Aber die Elektro-B-Klasse, wir wissen, wie oft die verkauft wurde. Oder wir wissen es nicht. Es war auf jeden Fall nicht oft. Ja, aber ich finde es trotzdem super. Also das war ein Feature, dass wenn man sozusagen, wenn einem der Verkäufer darauf geschult hat und darauf trainiert hat und sich die Möglichkeit hatte, darauf zu achten. Also ich musste nicht jeden Tag die volle Reichweite fahren. Ja, das Beste, was ich tun kann. Also wir haben jetzt immer mehr Kunden, die dankbar sind und die wirklich die Ladegrenze auf 50 Prozent einstellen. Das wäre das Optimale für die Batterie, für die kalendarische Alterung. Wenn ich Reichweite machen will, natürlich nicht. Aber es gibt viele, viele Kunden, die einfach täglich nicht 100 Prozent brauchen oder auch nicht 80 Prozent. Ja, und trotzdem kann man ja ausgerechnet das jetzt, soweit ich es weiß, beim i3 nicht machen. Also die haben quasi ihren Puffer vorn und hinten so gelegt, dass der Kunde gar nicht rankommt, umgekehrt kann, aber der Kunde sich nicht noch weiter einschränken, obwohl er davon Vorteile hätte, oder? Ja, das stimmt. Also wenn er sich noch weiter die Lebensdauer, die kalendarische sozusagen noch weiter verbessern hätte wollen, kann er es nicht über Tastendruck. Da haben wir den Kunden auch immer gesagt als Tipp, mach es halt über die Zeitschaltuhr, mach es über dein Ladungsverhalten. Das heißt, nicht sofort immer anstecken. Wir nennen das auch so gerne Steckdosenparker, die immer gleich, sobald sie irgendwo stehen, anstecken. Nicht nur, weil es kostenlos vielleicht ist, sondern weil es halt einfach, ich muss immer voll sein, immer dieses Sicherheitsgefühl wahren wollen. Das Batterie muss immer voll sein, weil ich muss immer maximale Reichweite haben, auch wenn ich nur täglich fünf Kilometer fahre. Das nennen wir dann Steckdosenparker, die halt wirklich permanent das Auto oder die meiste Zeit vom Tag auf 90 Prozent geladen haben. Und ja, so stimmt. Natürlich, das konnte man dort nicht einstellen. Aber vorher in dem Beispiel, wenn ich oben und unten zehn Prozent Buffer habe, gab damals bei dieser einen Zelle einen Zellhersteller an, ich glaube, vier, fünf Tausend Zyklen. Also man hat da schon sehr gut die Zyklenzahl erreicht. Aber wie gesagt, das gilt nur für diese eine Zelle, für diese eine Studie, die da gemacht wurde und natürlich nicht für alle Zellen. Also ich kann trotzdem noch Besseres tun, wenn ich nur 50 Prozent oder 60 auflade. Verstehe. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, Nico, ihr beschäftigt euch bei Avilo ja vorrangig um das Ergebnis, dass eine Zelle nicht mehr oder eine Batterie, ein Akku im Auto nicht mehr so gut funktioniert, also einfach einen schlechteren Gesundheitszustand hat. Die Frage für mich ist, was sind denn diese größten Akkukiller? Wir haben jetzt gerade schon gesprochen, das Thema Energiemenge, die der Akku beinhaltet oder mit dem mal aufgeladen wird, ist ein Thema. Dann gibt es noch das Thema Temperatur, was einen Einfluss hat. Und dann schwebt ja immer noch die Ladeleistung mit rum und dann gibt es noch die Zeit. Und kannst du sagen, was die größten Akkukiller sind, beziehungsweise was den Akku am schnellsten in die Knie zwingt? Ja, wir können das mittlerweile auch ganz gut beziffern aufgrund unserer vielen Monitoring-Kunden, die wir haben und Kunden, die auch immer wieder kommen, also schon das dritte Jahr Batterietests machen, gleich mit ihrer ganzen Flotte, damit sie auch wissen, ob sie sich sozusagen ihr Verhalten verbessert haben. Und also viel die Batterie schonen. Also das erste Mal, ich wiederhole es einfach auch, was du schon gesagt hast. Das Wichtige ist einmal Batterietemperatur. Kalt und warm. Am besten, am wohlsten fühlt sich die Batterie bei der Lagerung bei 15 Grad. Bei 15 Grad habe ich aber beim Fahren recht schlechte Performance. Das heißt, da will sie eher 50 Grad, 40 Grad haben, die Batterie. Beim Schnellladen, auch beim Schnellfahren. Da habe ich einfach den geringsten Individualstandard, also ich kriege die meiste Power, die meiste Leistung heraus und auch hinein. Wenn wir es jetzt beziffern wollen, kann ich sagen, so von 15 Grad abweichend, wenn ich permanent 20 Grad mehr hätte, also so 35 Grad die Zelle, oder 20 Grad weniger, also zum Beispiel so minus 5 Grad, kann man sagen, dass die Lebensdauer sich halbiert, so ganz grob. Es gilt aber für permanent, also wirklich permanent. Also das ist schon gewaltig. Kann man auch dazu sagen, wir führen jetzt auch mittlerweile Statistiken von Norwegen bis Italien durch, wie so die Temperaturverteilung ist, also komplette Statistiken. Und das ist auch recht spannend. Man muss jetzt auch den Kunden sagen, selbst in Norwegen oder selbst jetzt in Süditalien oder Südspanien, es ist nicht so, dass dann die Batterie dort dauernd auf 35, 40 Grad ist. Es gibt dort auch einen Winter. Es gibt auch in Norwegen einen Sommer. Also es ist nicht so, dass da ein Thema permanent auf der Seite liegt, also auf einem Extrem liegt. Aber ich sage es einfach so, wenn es permanent dort wäre, würde sich die Lebensdauer halbieren. Was auch ein Thema ist, ist dieses Schnellfahren. Ich rede jetzt nicht vom österreichischen Schnellfahren, das heißt 140 statt 120, das ist hier nicht wichtig, sondern ich rede jetzt vom wirklichen Schnellfahren auf deutschen Autobahnen. Das ist wirklich extrem, wenn ich das wirklich extrem mache. Warum? Ihr kennt das, glaube ich, ganz gut. Durch den Luftwiderstand steigert, wird die benötigte Leistung, kann sich die leicht mal verdoppeln. Also das heißt, wenn ich ein Auto bei 120 kmh bewege, im Vergleich zu 160, 170 kann es sein, dass ich fast den doppelten Verbrauch habe. Und genau das macht sich bemerkbar. Einfach, ich fahre hier, ich stresse die Batterie um einen Faktor 2 bis 3. Und das macht sich halt stark bemerkbar. Aber da gilt wirklich starkes Schnellfahren und wirklich permanentes Schnellfahren. Also ich meine jetzt wirklich permanent 180 Bolzen auf der Autobahn, nur Supercharger. Das halbiert auch die Lebensdauer von der Batterie, kann man grob sagen. Was hier auch ein Punkt ist, ist dieses, ich nenne es immer binäres Fahren. Binär, dual, ja nein, Vollgas, Leerlauf unter Anführungszeichen. Leerlauf gibt es ja nicht mehr, oder? Das ist ja nämlich der Punkt bei Elektroautos. Das heißt, gehe ich vom Gas runter, lade ich ja wieder volle Kamme. Und das macht sich besonders bei den Autos bemerkbar, wo dieses Rekuperieren verstärkt wurde. Da gibt es ja Marken, die sagen, ja ich rekuperiere mit so und so viel 0,3 G und schlage mich tot. Also ziemlich stark. Der Nachteil ist, wenn ich dort weiterhin binär, stark binär fahre, wechsle ich ständig zwischen brutaler Schnellentladung und brutaler Schnellbeladung. Und das vielleicht auf der Autobahn pro 100 Kilometer 100 Mal. Also auch hier haben wir statistische Auswertungen schon gemacht. Und wir merken hier auch deutliches, unterschiedliches Fahrverhalten. Also Leute, die hier permanent Vollgas, Leerlauf unter Anführungszeichen, so volle Rekuperation gehen, da altert der Akku auch, kann man sagen, Faktor 2. Also ich kann es ganz deutlich beeinflussen. Okay. Ja, und wenn man vom Gas geht, also vom Elektropedal, Strompedal, ist es so, dass man wirklich manche Autos schon mit 180 kW zurückladen. Ja, und jeder kennt die Ladesäulenleistung, das ist äquivalent zur brutalen Schnellladeleistung. Und jetzt kann man sich einfach vorstellen, wenn ich jetzt auf der Autobahn ein nervöses Pedal habe und genauso fahre, dann komme ich auf einer Fahrtstrecke, wo ich vielleicht einmal nur 10, 20 Minuten Supercharger stehe, kommt dann noch einmal die gleiche Zeit dazu durch dieses nervöse Gaspedal. Und so kann man sich recht bildlich vorstellen, wie sehr sich das stark auswirkt. Plus nebenbei Reifenverschleiß. Das ist extrem. Also das ist extrem. Ja, klar. Noch einmal zurückgefragt zur Temperatur. Das bezieht sich nur auf die Fälle der Nutzung quasi. Wenn die Batterie jetzt einfach zwei Wochen bei Kälte irgendwo rumsteht und wir sie dann danach langsam warm machen, hat das auch einen Einfluss auf den Verschleiß? Genau, also da konnten wir noch keinen Zusammenhang nachweisen, dass das einen Einfluss hätte. Die Literatur und auch die Erfahrungen aus anderen Bereichen, also aus Stationärspeicherung und so, zeigen praktisch keinen Einfluss, wenn ich sie sachte behandle. Also da kann ich auch nochmal dazukommen, wenn wir wollen, nachher laden unter 5 Grad. Im Prinzip nicht gut. Rekuperieren genauso nicht. Können wir gerne nochmal extra Kapitel nachher anfangen. Das ist ja ganz ein wichtiger Punkt. Ja, also die Lagerung, sprich das Stillstehen vom Fahrzeug bei minus 10 Grad ist überhaupt kein Thema für die Batterie. Okay, das ist ja schon mal gut. Also für die üblichen Zeiten wie jetzt in Norwegen oder Österreich sowieso und Spanien sowieso auch. Also letzten Endes sagst du ja, also wenn man das jetzt auf Handlungsanweisungen für Batterieschoner übersetzen würde, dann bräuchte man quasi im Elektroauto auch so einen Eko-Hinweis, wie es früher bei den Verbrennern war. Wie verbrauche ich am wenigsten, weil das würde ja auch die Batterie am meisten schon. Ich müsste mir am besten einstellen, entweder am Auto oder eben an der Ladesäule, dass ich immer so zwischen 20 und 60 Prozent lade, idealerweise, wenn ich so im Alltag lade und nicht mehr brauche. Und bei der Temperatur hat aber ja der Nutzer in der Regel wenig Einfluss, dass er das selbst macht, oder? Ja, das ist richtig. Also die Temperatur kann man nicht direkt beeinflussen, außer man hat das lötige Kleingeld, sprich eine Garage. Das ist einfach so. Das ist auch das, was ich sagen muss. Das haben halt in Norwegen recht viele. Und wenn nicht, gibt es das nette Feature der Batterievorwärmung über AC, also über die normale Wallbox. Das kostet natürlich Energie, das ist keine Frage. Da haben wir noch keine Studie da, ob das jetzt sozusagen über den gesamten Lebenszyklus sich auswirkt. Also wie sich das auswirkt, aber wir gehen davon aus, dass sich das auch auszahlt. Also sprich, das leichte Vortemperatur in der Batterie auf über, ich sage einmal grob, oder auf mindestens fünf Grad vom Kalten, das würde sich unserer Meinung nach jetzt einmal so grob geschätzt auszahlen für die Lebensdauer der Batterie. Also wenn ich mir das aussuchen kann, dann ist es besser, das Elektroauto in einer Tiefgarage zu parken, wenn ich den Garagenplatz habe, und das Benzinauto draußen zu parken für die Batterie Lebensdauer. Wenn ich mir das aussuchen kann und ich habe die Möglichkeit für eine Garage, ist es schlauer als ein Carport an Offen. Oder wie ein Durchziehen. Ist einfach so. Klar kann man sagen, ja Garage, Business Case, ist es nicht vielleicht gerade, aber hat auch noch andere Nebeneffekte. Dass ich halt auch einfach in ein wärmeres Auto einstelle. Genau, nicht kratzen muss und so weiter. Ein anderes Thema bei der Temperatur ist ja noch, es gibt ja auch Autos, die haben ein aktives Thermomanagement für ihre Batterien und andere, die sind da eher rudimentär unterwegs. Jetzt habt ihr schon viele Autos angeschaut, seht ihr da auch Unterschiede? Also keine Ahnung, mir fällt da jetzt spontan, was für ein Auto hat, keine Batteriemanagement, also keine Temperaturmanagement. Weil so ein Leaf oder so, der ja jetzt nicht irgendwie, also ein alter Leaf, der jetzt nicht groß aktiv gekühlt ist oder sowas oder auch erwärmen kann, sondern der das alles nur mit Elektronik machen kann, also in Widerständen, wenn überhaupt. Genau, also da komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Vor allem mal geredet über die Kategorien oder die Merkmale, die eine Batterie schneller altern lassen. Und die letzte Kategorie ist dieses Schnellladen, die ich noch nicht erwähnt habe, glaube ich direkt. Also wenn ich permanent schnell laden würde, würde ich auch die Lebensdauer Batterie circa halbieren. Über jetzt eine Lebensdauer einer Batterie oder wirklich über zehn Jahre, sage ich mal so. Also fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre. Und das erwarte ich mir auch von so einem teureren Elektroauto, dass das einfach zehn Jahre hält. Das wäre ganz schön, ja. Das wäre ganz schön, richtig. Aus ökologischen Gesichtspunkten mindestens und aus finanziellen auch. Richtig, ja. So, was hier natürlich einspielt, diese Wechselwirkung. Und jetzt komme ich genau auf deine Frage. Du hast gesagt, das Warm-Kalt zum Beispiel kann ich schwer beeinflussen. Auch beim Schnellladen, natürlich wird die Batterie warm. Ja, sie wird sogar erwärmt künstlich. Bei manchen Marken extremer, 50, 60 Grad. Und wenn ich jetzt sage, beim Schnellladen halbiert es die Lebensdauer. Ja, weil ich halt hier natürlich auch mit einbedenke, irgendwo auch muss ich auch zwangsläufig. Weil aus den ganzen Statistiken, die wir hier ziehen, bemerken wir halt auch Kunden, die wirklich einfach permanent schnell laden. Und das sind auch wirklich die, wirklich ein Raser. Das sind auch wirklich diejenigen, die dauernd binär fahren. Und das überlagert sich halt natürlich alles. Weil diese Daumenregeln mit Halbierung, das gilt immer nur für sich betrachtet. Wenn ich jetzt alles vermische, dann kann ich das natürlich noch verstärken. Und deine Frage war jetzt dieses Thermal Management oder zeichnet sich da was ab. Also ja, natürlich, wenn ich jetzt eine Batterie ohne Thermal Management permanent schnell lade oder einfach schnell lade, genauso wie ich das von einer Batterie mit Thermal Management kenne. Oder einfach lade bei Minusgraden und sie wird nicht vorgeheizt, dann altert die Batterie schneller. Das ist einfach so. Und ja, das lässt sich recht schwer noch in Statistiken fassen aus dem einfachen Grund, dass wir hier immer die Fahrmuster mit ja als Einflussgröße haben, sehr stark. Und ein Leaf-Fahrer im Durchschnitt oder sagen wir so einfach Autos ohne Thermal Management einfach grundsätzlich weniger Autobahn fahren, weniger Langstrecke fahren, weniger schnell laden. Die machen das einfach nicht, weil sie das Auto für diesen Zweck ja nicht gekauft haben. Es ist ja auch in der Regel weniger leistungsstark. Also der Leaf hat jetzt ja keine Model S-Plate-Leistungsdaten, so in der Regel. Also dass er hier halt Rakete ist, was der Leaf nun wirklich nicht ist. Er macht Spaß, aber es ist keine Rakete. Ja, genau. Aber auch andere Fahrzeuge, das ist ein Soli oder sonst was, die sind einfach preisgünstig in dem Segment, haben kein Thermal Management oder ein sehr, sehr abgespecktes Thermal Management. Und natürlich, wenn ich die genauso treten würde und mal tradieren würde, wie jetzt einen, wo man das auch sich wünscht, darum gibt man ja mehr Geld aus, dann würden die natürlich vergleichsweise schneller altern. Aber dafür sind sie ja nicht gebaut. Und darum kann ich jetzt nicht direkt vergleichen und sagen, das ist so oder so, weil einfach die Masse an Nicht-Termal Management-Fahrern überhaupt nicht Autobahn fährt. Das ist ein Zufall und dann fahren sie 10, 20 Kilometer oder praktisch einen Supercharger-Jahr anfangen. Also das wird sie wahrscheinlich auch schon gehört haben, dass diese klassischen Fahrzeuge ohne Thermal Management wirklich teilweise null Supercharger-Zeit haben oder ein Prozent oder zwei Prozent. Und das macht sich dann schon bemerkbar. Aber ja, also eine aktive Batterieheizung zum Beispiel, und da kommen wir jetzt beim Laden. Also generell kann man sagen, Laden unter 5 Grad ist schlecht für die Batterie, ist teilweise sogar in den Datenblättern als nicht erlaubt spezifiziert, bei vielen unter 0 Grad oder stark eingeschränkt. Also das heißt, nur extrem langsam. Und extrem langsam meine ich wirklich drei Kilowatt nur mehr. Das sind sogar 11 kW dann möglicherweise ein Problem. Also das ist kein Witz. Da hatten wir doch, als ihr euch damals besucht habt, da hatte ich auch ein Model 3 dabei und da hatten wir doch auch gesehen, da war es ja auch nicht ganz so warm. Und da ging doch erstmal irgendwie von den 11 kW, die wir reingelenkt hatten oder sowas, ging doch erstmal 6 kW ins Batterieheizen, oder? Richtig, also da kann ich jetzt auch, wenn wir über das jetzt reden wollen, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass die Batterieheizung wirklich viele Hersteller oder einige Hersteller jetzt aktivieren, sobald geladen wird. Also zum Beispiel Tesla, kann man sagen, lebt nicht unter 3, 4, 5 Grad Batterietemperatur. Also lädt einfach nicht, kann es nichts machen. Da wird zuerst die Batterie geheizt. Und das gilt jetzt, was ich sage, für 11 kW Ladeleistung. Bei 3 kW, 2 kW, glaube ich, laden sie, weil da bleibt nichts mehr über zum Heizen. Also da kann ich dann vielleicht noch 500 Watt zum Aufheizen nehmen. Aber wenn wirklich der Wind durchbläst bei minus 10 Grad, tue ich mir schwer mit der Schuko-Steckdose, also mit der kleinen Steckdose hier die Batterie vorzuheizen. Aber ja, wenn ich wirklich was Gutes tun will, und das ist vielleicht auch so eine Kochrezeptregel, an die Kunden, an die Zuhörer, wenn wir jetzt ein Elektroauto haben, sind sie leer gefahren und kommen am Abend nach Hause müde, es ist eiskalt, dann ist die Batterie warm vom Fahren. Und dann ist es sinnvoll, sofort anzustecken. Und nicht, ich mache es leider auch ab und zu mal selber, auch im Winter, es ist eiskalt, jetzt will ich nichts mehr auspacken, ich lasse das Auto stehen. Und dann steht am Morgen, am nächsten Tag das Auto da, die Batterie ist abgekühlt auf 0 Grad, definitiv. Also wir haben auch da die Abkühlkurven gemessen, von 20 Grad auf 0 Grad, das geht in 10 Stunden bei minus 5 Grad. Und dann muss ich wieder die Batterie erwärmen oder viele Autos erwärmen sie nicht. Das heißt, ich habe hier dann wieder eine sehr schädliche Batterieaufladung, weil ich einfach bei kalten Temperaturen lade. Das heißt, hier sofort anstecken, durchaus auch nur mit 4 kW laden, auch nur mit 5 kW, 3 kW, das ist schon gut, weil die Batterietemperatur zumindest nicht sofort absinkt, sondern sich durch das bisschen laden sozusagen hält. Und das hilft schon extrem und enorm. Also immer laden, wenn die Batterie warm ist, wenn ich es mir aussuchen kann. Wie gut kann ich denn eigentlich an den Elektroautos, die ihr so kennt, das schonende Laden so einstellen? Also die Fenster, in denen ich laden will und die restlichen Umstände? Also du kannst einstellen, das obere Limit. Das untere Limit ist mir jetzt nicht bekannt. Da muss halt der Fahrer selber darauf achten, dass er nicht unter das Limit fährt, wenn er da auch was Gutes tun will. Also zum Beispiel nicht unter 5 Prozent oder unter 10 Prozent, dass er halt schon bei 20, 30 Prozent wieder ansteckt, wenn es geht. Ich kann die Ladeleistung bei vielen Autos reduzieren. Also bei allen Tessels kann ich sie ja stufenlos einstellen. Bei vielen anderen Marken kann ich schon verlangsamen. Ich glaube, das gibt dann den Tasten langsames Laden oder so. Also das geht bei vielen Fahrzeugen. Ich glaube, ich kann auch bei immer mehr jetzt schon die Ladeleistung stufenlos einstellen. Aber ich glaube, da kennt ihr fast mehr die Funktionen bei den Neufahrzeugen. Also das kann ich machen. Und generell kann man auch sagen, wenn ich es mir zeitlich leisten kann, ja, dann lade mit 3 kW und nicht mit 11 kW, wenn ich jetzt auf AC bin. Es schont einfach sozusagen die Batterie. Es ist zwar nicht viel, aber es sind über 5, 6 Jahre auch wieder 1, 2, 3 Prozentpunkte. Und der Energieversorger freut sich auch, wenn hier die Lasten möglichst gleich verteilt sind. Das spricht dann wieder ein bisschen gegen 3 kW. Beziehungsweise ich kann aber in vielen dreiphasigen, ja, bei manchen dreiphasigen Wallboxen kann ich auch den Schladestrom, glaube ich, bis 5 Ampere pro Phase reduzieren. Und wenn wir jetzt rechnen, 5 Ampere je Phase, grob 230 Volt multiplizieren, sind das so 1,1 kW pro Phase, habe ich auch meine 3 kW auf drei Phasen aufgebaut. Also da freut sich der Energieversorger noch, noch viel mehr. Dafür sinkt halt die Effizienz beim Laden dann ziemlich, weil dann das Ganze durch den Inverter geht und irgendwie vernichtet wird und auch aufwärmt, oder? Luca, also das ist ja eine gewagte These, würde ich mal sagen. Wir haben hier Messungen durch. Finde ich gut, dann klär mich bitte auf, gerne. Also wir haben hier Messungen durchgeführt vor, ich muss auch sagen, es war schon vor drei Jahren, aber wir haben hier stufenlos durchgesweept, also durchgelaufen die Ladeleistung mit einer Spezialwallbox von uns, haben hier live auch in unserem Portal die Daten von den drei Phasen mitgeschrieben, also wie sogar die Stromaufteilung, also die Leistungsaufteilung der Phasen ist und haben festgestellt, dass der Wirkungsgrad von der Ladeleistung nicht jetzt extrem abhängt. Also ja, es sind ein paar Prozent, wo ich mehr oder weniger verliere, aber ganz ehrlich, ich muss das auch ehrlich sagen, das Ladegerät befindet sich im Fahrzeug, also dieser AC-DC-Konverter. Bei vielen Fahrzeugen meines Wissens nach, oder bei immer mehr, wird jetzt diese Verlustleistung verwendet, um die Batterie zu heizen oder halt zumindest zu temperieren. Das heißt, ich habe per se diese Verlustleistung nicht an die Umwelt komplett abgegeben. Also einige Hersteller machen das schon immer und das ist wirklich kongenial. Das heißt, gerade im Wintermonat natürlich ist es sinnvoll, weil die Verlustleistung dann für das Temperieren der Batterie genutzt werden kann, kostenneutral. Und wie gesagt, wenn ich mir sozusagen vier, fünf Prozentpunkte im Gesundheitszustand in fünf, sechs Jahren raushol, dann würde ich diese paar Prozent an Verlustleistung im Lader einfach in Kauf nehmen. Das heißt aber auch, wenn alles zusammengenommen, was du jetzt gesagt hast, kann man eigentlich am besten Batterie schon entladen, indem man sich eine Ladebox sucht, bei der man den Ladestrom einstellen kann, möglichst weit runter regeln. Und das passt ja vermutlich auch zu den meisten Profilen besonders gut, wenn ich davon ausgehe, das Auto steht über Nacht zehn Stunden. Ich komme dann an, die Batterie ist noch warm, ich stecke ein, stelle nur drei Kilowattstunden ein, dann habe ich nach zehn Stunden auch 30 Kilowatt da drin, 30 Kilowattstunden an Energie reingeladen. Damit komme ich ja in der Regel auch so knapp 150 Kilometer und das reicht den meisten Leuten ja täglich. Und wenn sie das die ganze Zeit machen, schonen sie die Batterie am meisten, oder? Genau, und das Netz sind wir auch, ja genau. Also bei den drei Kilowatt müssen wir natürlich die Verluste abziehen, also netto sind es dann wahrscheinlich 2,5, die in der Batterie ankommen, circa. Bei Winterverbräuchen wissen wir ja, das steigt dann natürlich enorm, aber ich lade zumindest bei drei Kilowatt, bei einer Leistung von drei Kilowatt, so tatsächlich Äquivalenz um die 100 Kilometer bei, ich sage jetzt mal stromfressenderen Autos und bei stromsparenden Autos so bis 150 Kilometer in einer Nacht sehr schonend rein. Und ja, stimmt vollkommen richtig. Und für Autos, gerade die älteren Autos, kommen auch immer wieder Kunden, was kann ich machen, ich habe den Regler nicht, ich möchte trotzdem nur bis 50, 60 Prozent laden schonen. Dann sage mir den Kunden einfach, schau, du kriegst das schnell raus, auch nicht Techniker, probiere einfach den Ladestrom zu reduzieren, steck an und schau einfach am nächsten Tag, was du nach zehn Stunden hast für einen Prozent-Ladezustand. Und wenn du dann hast zum Beispiel auf 6 KW reduziert, also doch auf 6 KW reduziert und du hast am nächsten Tag 80 Prozent und du sagst, ich weiß, ich komme mit 50 aus, dann reduziere ich auf 3 KW und dann siehst du, wo du landest am nächsten Tag. Und so kann ich recht einfach auch ohne Zeitschaltuhr, ohne Regler im Auto, ohne Smartphone und Smartwas weiß der Teufel und App-Zeug, ganz einfach, sehr analog, indem ich einfach den Ladestrom reduziere. Und es ist auch mal schön, wieder in die analoge Welt abzutauchen. Ja, aber es wäre schon essentiell, dass denen die Wallbox zumindest halt die Reduktion erlaubt. Gibt es denn aus deiner Sicht der Erfahrung Wallboxen, die das gar nicht erlauben, die Reduktion der, oder wäre das zumindest ein wichtiger Aspekt, auf den man achten sollte? Ja, also das würde ich auf jeden Fall achten in Zukunft. Ich kenne nur solche, die das reduzieren können oder verstellen können. Ich muss aber gestehen, wir haben aufgrund unserer Tätigkeit auch im Homeoffice oder Privatbereich bis Firmen nur diese von 5 Ampere bis 32 Ampere einstellbaren, weil wir ja auch mit 22 KW laden wollen, können, müssen, auch für Messzwecke, für Testzwecke. Und da ist natürlich diese Veränderung ganz wichtig. Ja, aber 22 KW, was ja manche immer noch anstreben für den Heimbereich zum Laden mit 22 KW, ist eigentlich Unfug, oder? Sagen wir so, ich fahre recht viele Dienstreisen, also wirklich viele Dienstreisen und viele Testfahrten und vieles, was in der Richtung notwendig ist einfach auch beruflich. Und ich bin total glücklich über das Auto mit einem 22 KW Onboard Charger. Wenn ich mir jetzt eine Deci-Wallbox anschaffen müsste mit 22 KW, muss ich richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und ich kann es, ich habe bei der EVU diese Genehmigung mir geholt, dass ich die 22 KW ziehen kann für das Elektroauto. Das geht und es ist spitze. Und ja, ich stelle oft auch nur 5 Ampere runter, wirklich oft, weil ich einfach es nicht brauche. Aber wenn ich am Abend nach Hause komme, also am Abend nicht, wenn ich nach Hause komme, zum Beispiel leer am Nachmittag, ich muss noch die Kinder irgendwo abholen, ich muss noch vielleicht irgendwo zur Post fahren oder sonst was machen. Und ich komme wirklich leer an. Meisten Elektroautofahrer fahren ja so, dass sie mit zwei, drei Prozent dann ankommen, weil wir einfach Zeit sparen wollen. Dann stecke ich einfach an mit 22 KW, trinke meine Tasse Tee im Winter oder meinen Kaffee im Sommer, ist noch ein Kuchen dazu und nach 20 Minuten habe ich wieder 40 Kilometer im Fahrzeug. Also ich meine, das ist mit 22 KW halt schon ein großer Vorteil für diese Fälle. Das ist aber mein Fall, das ist sehr persönlich und glaube ich schon ein Nischenfall. Also durchaus, ich glaube 99 Prozent der Zuhörer, 95 Prozent haben mit einem bis 16 Ampere, also 11 KW, Ladekabel oder Wallbox sicher das Auslagern. Was ich auch empfehlen würde den Kunden ist eine Wallbox, die ich irgendwann einmal vielleicht auch steuern kann, in das vielleicht Heimnetzwerk einbinden kann. Da jetzt nenne ich das Begriff schon, dieses Smart Home, aber aus der Beziehung, aus der Richtung, dass ich vielleicht mir irgendwann zu günstigeren Tarifen mir das steuern kann, das Auto laden kann. Ich nehme mal an, dass das kommen wird. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das kommen wird. Und es wäre dann schön, wenn ich sozusagen in der Nacht vielleicht sogar mit 22 KW laden kann, weil es einfach fast kostenlos ist oder wird. Und ich glaube, dass diese Tendenz in die Richtung gehen könnte. Wir wissen alle, kalorische Kraftwerke oder thermische Kraftwerke, die brauchen einfach ihre Grundlast, die brauchen ihre Last und die kann ich nicht einfach mal in der Nacht drei Stunden kosten. Da habe ich einen kleinen Hörtipp für euch da draußen, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Wir haben einen Podcast gemacht, den ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend fand, mit Lutz Stiegler von Volvo, in dem wir genau das Thema, das bidirektionale Laden, also wie kriege ich nicht die Batterie ins Auto rein, sondern auch wieder raus, genau mit ihm besprechen. Weil der, Gerd, hilf mir bitte, es ist der EC90, also der XC90-Nachfolger, der elektrisch ist. Genau, der behandelt dieses Thema und kann das AC und ganz besonders DC, beides. Um es verwirrend zu machen, das Auto heißt EX90 und AC und DC laden, ja, kennen wir auch. Kriegt ihr hin, findet ihr bei uns im Podcast, in den Podcastplayern. Nico, wir haben jetzt ganz viel über allgemeine Darreichungsformen, Handgriffe gesprochen, die man als E-Autofahrer beachten sollte. Ich würde jetzt gerne ein bisschen in die Richtung gehen, was ihr denn eigentlich bei Avilu macht, wir hatten es zumindest vorher schon angesprochen. Ihr macht einen SOH-Test, bei dem ich die Batterie bewerten kann. Ihr sammelt also ganz viele Daten. Aber was für Daten nehmt ihr denn da überhaupt auf für euren Test, um dann diesen SOH zu bestimmen? Also die Grundlagen sind auf jeden Fall die Fahrgestellnummer, das erste, mit jedem Fahrzeug, mit dem wir sprechen, und die Kilometerstände. Das machen wir auch regelmäßig, um hier sozusagen fälschungssicher zu sein. Und dann geht es natürlich an die wichtigen Batteriedaten. Das wären einmal Peck-Spannung, Peck-Strom, alle Zellspannungen, Ladezustände, alle, die wir rauskriegen können, alle Temperaturen, die mit der Batterie zusammenhängen, batteriehistorische Daten, einfach alles, was hier rund um die Batterie ausläsbar ist bei den Fahrzeugen mit einer Antriebsbatterie. Das ist auch Plug-in-Hybride natürlich genauso. Okay, das heißt, ihr nehmt diese Daten und was macht ihr dann mit diesen Daten? Ihr lest quasi aus, Zelle 5 hat, keine Ahnung, 3,6 Volt. Und was macht ihr dann? Also wie funktioniert dieser Test insgesamt? Naja, wir lesen das nicht nur statisch aus, sondern wir lesen, wie du gesagt hast, permanent aus. Das heißt, wir lesen, man kann sich vorstellen, wir zeichnen im Hintergrund dann lauter Kurven von diesen ganzen Signalen und haben dann um die 200 bis 800 Kurven von Signalen, weil wir eben viele, viele Signale rauslesen. Also wirklich Zeitverläufe von jedem einzelnen Signal. Und unsere Hardware, also unsere Avilobox, scannt die ganzen Daten, liest die ein, puffert die zwischen, sendet die in unsere Cloud und in der Cloud werden die abgelegt und dann sozusagen entsprechend vorbereitet, dass die dann entsprechend auch verrechnet werden können. Und die Cloud ist dann die Intelligenz und die Maschinerie an Mathematik dahinter, wo wir dann den Gesundheitszustand anhand dieser ganzen Kurven, anhand dieser ganzen Massen von Daten während dieser gesamten Fahrt, die ja bis zu sieben Tage dauern kann, sozusagen verrechnet werden. Also wir berücksichtigen auch Stillstände, wir berücksichtigen auch die sogenannten, ich glaube, liebevoll Vampirverluste genannt. Also wenn das Auto eigentlich schlafen soll, aber doch nicht schläft und wieder mal ein, zwei Kilowattstunden in der Nacht zieht, auch das berücksichtigen wir natürlich und messen wir mit. Also das messen wir mit, zeichnen wir auf und berücksichtigen unsere Gesamtberechnung. Genauso wie die Temperatur, das Fahrverhalten, also Fahrverhalten, habe ich ja gesagt, ist ganz wichtig. Einer, der dauernd Vollgas gibt, zieht natürlich die Batterie schneller leer. Und das resultiert auch darin, dass die Batterie sozusagen sich virtuell wie eine schlechte, eine schneller gealtete Batterie verhält, weil ich einfach, wenn ich schneller entlade, kriege ich weniger Energie raus aus der Batterie. Und das wird auch von unserer Software, von unserem Berechnungsalgorithmus sozusagen kompensiert. Genauso wie die Temperatur. Also eine kalte Batterie verhält sich ja wie eine kaputte, alte, warme Batterie, um das jetzt einmal so vorsichtig auszudrücken. Und auch das wird kompensiert auf 25 Grad. Und die Fahrart, also die, es soll ja fahrunabhängig sein oder fahrverhaltensunabhängig und es soll immer dasselbe rauskommen, egal ob du jetzt sozusagen wirklich gemütlich in der Stadt fährst oder auf der Autobahn polzt, soll dasselbe rauskommen. Und wir normieren hier die Entladerate auf einen circa auf LTP-Zyklus, kann man sagen. Also auf dieses Entladeverhalten. Verstehe. Du hast jetzt schon die Avilu-Box angesprochen. Ich hatte sie ja schon in der Hand ganz oft, weil ich damit auch schon viel testen durfte, was sehr, sehr cool ist. Wenn ich jetzt, glaube ich, anfange zu erklären, was da alles drinsteckt in dieser von euch Eigenentwicklung, vergesse ich bestimmt die Hälfte. Vielleicht kannst du kurz erklären, was diese Avilu-Box ist und woher die die Daten kriegt. Ja, also im Prinzip ist die Box, genau, die ist von uns entwickelt. Die ist auch gebaut da in Österreich und Deutschland. Also ich glaube, 90 Prozent der Komponenten kommen alles aus der Gegend da. Ist auch an uns sehr wichtig gewesen. Wir assemblieren sie auch hier im Haus. Schießen das neueste Software-Update immer selber drauf, bevor sie ausgeliefert wird. Ja, und was ist da drin? Im Prinzip ein Hochleistungsrechner oder gleich drei Kerne, die hier die Daten vom OBD-Port, also vom Campus abfragen. Also von der Onboard-Diagnose, mit der ich normalerweise Fehler speicher und so ein Kram in der Werkstatt ausgelesen kriege oder Software-Updates aufgespielt. Genau, ja. Dort wird sie auch angesteckt an dieser OBD-Steckdose. Über diese Steckdose oder über diesen Onboard-Diagnose-Connector ziehen wir die ganzen Daten, die ich eben vorher genannt habe, also die hunderten Signale. Und die Daten werden da kurz zwischengepuffert, aber auch gleichzeitig live in unsere Cloud gesendet. Das heißt, in der Box ist auch eine SIM-Karte, komplett international. Also wir sind in vielen Ländern der Welt schon mittlerweile. Auch Japan, Australien, Versuchstests, Korea und so weiter. Und es ist so, dass wir jetzt sozusagen, diese SIM-Karte ist international unmöglich. Also man braucht sich auch keine Sorgen machen, wenn man eine Grenze überschreitet oder Grenzübertritt macht. Das Ding sendet einfach weiter. Roamt sich natürlich ein in das entsprechende Land und sendet der ganz genau weiter. Und auch wenn man jetzt einmal in einer Tiefgarage ist, zwei Tage, oder auch einfach nur lädt in einer Tiefgarage, bezeichnen auch die Ladungen immer auf, bei diesen Monitoring-Kunden zum Beispiel, wird auch aufgezeichnet, zwischengepuffert auf die Karte, sollte kein Empfang sein. Und wenn er dann hinausfährt aus der Garage, dann wird halt durchaus einmal 200, 300 Megabyte an Daten oder vielleicht auch ein Gigabyte nachgesendet sozusagen. Wie viele Daten kommen da überhaupt zusammen? Also bei so einer Fahrt? Also zum Beispiel bei einem Tesla sind es circa eine Million Punkte pro Stunde bis zu zwei Millionen Punkte, je nachdem, welche Abfragetiefe wir haben. Bei den meisten anderen Autos ist es weniger, aber es schwankt dann so zwischen 200.000 Datenpunkten und zwei Megadatenborden, also zwei Millionen Datenpunkten. Wie viele MB oder Gigabyte sind das dann? Ja, also wir haben jetzt gerade einmal unseren eigenen Tesla ausgewertet, weil der auch, sage ich mal, wirklich am härtesten herangenommen wird oder einer der härtesten Tests. Wir fahren so im Jahr fast 50.000 Kilometer mit dem alten Fahrzeug. Bei dieser Betriebsart sind es, ich glaube, 12 Gigabyte an Daten pro Jahr für dieses Fahrzeug. 50.000 Kilometer. Also das ist schon eine ganze Menge. Gigabyte pro Monat im Prinzip? Ja, ein Gigabyte pro Monat kann man sagen für die Fahrweise. Und wir haben halt wirklich unzählige Datenmonitoring-Kunden, die auch ähnlich fahren, weil genau die wollen wir natürlich, um auch hier sozusagen ganz klar auch mal Studien machen zu können, wie altern die Autos, wie altern die Verlauf der Fahrzeuglebens dauern. Aber für den Normalkunden wäre jetzt eine Woche ausreichend. Danach könnt ihr ein SOH angeben nach eurem Muster, oder? Genau, ja. Richtig. Und das kostet dann was? An Datenspeicher sind es dann bei Tesla dann so um die 250 MB circa pro Woche, so ganz grob. Wenn es eine Gigabyte pro Monat ist, ist es ein Viertel pro Woche circa jetzt einmal ganz grob gerechnet. Ich meinte jetzt aber eigentlich sogar in Euro. Also was kostet so ein Test, beziehungsweise eher der Mehr der Tests, oder? Ja, ja, nein, genau. Also der Premium, den Avelu Premium Test, das ist eben der Test mit dem SOH, also wo wirklich der Prozentwert exakt genau ermittelt wird, neutral und unabhängig, kostet 99 Euro in Deutschland und Österreich. Und dann habt ihr noch andere Tests, was habt ihr da noch? Könntest du das vielleicht mal kurz euer Produktportfolio ausrollen, damit wir da mal auf Linie sind alle und wissen, was es gibt? Ja, genau. Also es gibt den Avelu Premium Test, mit dem haben wir auch angefangen. Das ist quasi unser Goldschatz, den wir da gehoben haben. Man hat massiv viele Daten. Und auf dieser Basis haben wir dann den Flashtest auf den Markt gebracht im September. Wir haben einen großen Starter gehabt. Und der Flashtest ist eben der Blitztest, der extreme Schnelltest sozusagen, wo man nicht mehr fahren muss oder nicht fahren muss. Aber es kommt auch kein Gesundheitszustand raus, sondern wir haben hier ein Puktu-System gewählt, 0 bis 100. Absichtlich, weil wir versuchen, möglichst in Richtung SOH zu gehen. Aber es ist nicht SOH, wie gesagt. Und dieser Flashtest ist eben der Test, der sich natürlich noch an Gratier richtet, die einfach keine Zeit haben. Also ich zum Beispiel gebraucht war ein Käufer, eine Zahlungnahme von Fahrzeugen, wo ich einfach keine Zeit habe, wo ich vielleicht auch gar nicht fahren darf oder nicht das Auto bewegen darf. Leasing-Geschichten, also Business-Kunden, wo einfach diese Zeit nicht da ist für eine Testfahrt. Das ist unser zweites Produkt. Dort, also andere Produkte haben wir natürlich so wie Monitoring. Das ist aber jetzt nicht sozusagen am Endkunden direkt relevant, sondern das sind dann große Firmen, die dann einfach ihr Monitoring betreiben wollen. Wir haben elektrische Fähren zum Beispiel als Kunden, wo hier wir komplett das Monitoring-Inclusive-Eller-System betreiben und vieles andere mehr. Aber für Endkunden und Business-Kunden, was Elektroautos betrifft, ist der Premium-Test ist gleich SOH und Flashtest ist gleich ein Punktesystem, wo wir den Gesamtzustand der Batterie bewerten. Das sind die zwei Produkte. Und jetzt nochmal, wie der Test abläuft. Ich meine, ich habe es jetzt schon x-mal gemacht. Ich durfte euer Produkt ja schon mehrmals benutzen für auch Testfahrten von uns, wenn wir gebraucht-Kauf-Geschichten gemacht haben, durfte ich schon mehrmals benutzen. Ich kriege von euch so eine Box geschickt. Ich stecke die in die OBD an, gebe euch davor noch Fahrgestellnummer, meinen eigenen Namen und dann geht das Ganze durch. Wir haben jetzt vorhin gesagt, man kann bis zu sieben Tagen brauchen. Aber ich meine, ich kam bis jetzt eigentlich immer in einem halben Tag durch, weil es geht ja einfach nur darum, ja, weil ich einen Gasfuß habe, okay. Ja, das habe ich auch. Es kostet auch monatlich noch immer extra Kosten, dann noch Rava und Blitzer. Also Gott sei Dank gerade sehr wenig, Gott sei Dank. Aber ich muss von wie viel Prozent nach wie viel jetzt leer fahren, auf welchem Stand seid ihr da? Ich versuche ja auch diese Range, die ich quasi mit der Batterie, oder das, was die Batterie kann, immer weiter zu reduzieren. Auf welchem Level seid ihr da ungefähr gerade? Bei wie viel Prozent muss ich einsteigen? Mit wie viel Ladezustand? Und bei wie viel kann ich raus? Also es ist so, derzeit sind wir bei 100 bis 10 Prozent. Das ist ganz klar. Wir arbeiten seit Jahren daran, das zu verkürzen und stellen halt immer weiter fest, wenn man wirklich die absolute Präzision hat und auch die Zeit natürlich hat oder die, wie auch immer, ja, die Zeit, dann ist es einfach sinnvoll, sehr wohl von 100 bis 10 Prozent zu fahren. Okay. Es wird reduziert und es wird auch kommen. Wir merken halt immer nur wieder, das ist das Thema auch, was du vorher angesprochen hast, das Batteriemanagementsystem wird dann umkalibriert und auf einmal habe ich da und dort und der Hersteller und so weiter. Also das sind so die Dinge, wo wir dann sehen, wir simulieren ja das schon lange durch. Also das heißt, an den Daten von 100 bis 10 Prozent können wir ja intern schauen, was wäre, wenn wir jetzt von 60 bis 40 gefahren wären zum Beispiel. Und da sehen wir halt, dass das schon extrem präzise wird. Aber wir sehen halt auch immer wieder gerade solche typischen Fahrzeuge, wo dann der Kunde meistens eh sagt, hey, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas wirklich Auffälliges. Dann sagt er meistens dazu, meistens ist es so bei Vollladung, er lässt sich nicht mehr vollladen oder oder. Und das sind natürlich schon dann die Dinge, die dann sozusagen durch den Rost fallen würden. Also wir werden diesen Test von 100 bis 10 Prozent sicher beibehalten, wird Gutachter und Gerichtsgutachter und so weiter machen wir ja dann noch viel mehr. Das heißt, wir fahren bis 0 Prozent, bis Stillstand, um hier wirklich alle Beweise zu haben, um hier alle Daten zu haben. Da macht das auch natürlich Sinn, weil da gibt es kein, ich vermute mal, oder der Kunde meint vielleicht, er lässt sich nicht vollladen, sondern da brauchen wir auch die Ladekurve vor dem Test nachweislich und auch nach der Entladung noch einmal eine Ladekurve. Also das sind auch so ein anderes Produkt, was wir haben für Gutachter. Aber da geht es eben darum einfach, ja, also von 100 bis 10 Prozent, das ist es, macht auch, wie gesagt, Sinn. Wir sehen das jetzt immer häufiger. Wir sehen auch, dass manche Hersteller dann plötzlich bei 20, 30 Prozent was anders machen. Sprich, auf einmal irgendwie die Energie etwas nicht linearer zur Verfügung stellen. Habt ihr vielleicht schon gehört, es gibt dann so, ich fühle irgendwie, dass der Ladezustand die letzten 70 Kilometer schneller runtergeht. Kennst du das vielleicht zufällig? Ja, doch. Schon bemerkt, oder? Da gibt es so Autos. Da gibt es so, wenn, ne? Da gibt es so, wenn. Genau. Also das sind die Hintergründe, warum wir noch immer 10 bis 10 Prozent fahren lassen. Und wir schauen natürlich immer auch das Kundenfeedback an und die meisten Kunden sagen einfach, schau, ich habe sieben Tage Zeit, warum nicht? Also, ob ich jetzt einen sechsten Tag fahre, wenn er nicht so wie du oder ich viele lange Strecken oder oft lange Strecken fahrt, die einfach nicht die Möglichkeit haben, dann sagen die auch, ja, aber ich habe jetzt einen sechsten Tag noch dran, und einen siebten Tag ist mir auch egal. Das verstehe, ja. Richtig. Woran wir arbeiten noch ist ein vollautomatischer Start. Das heißt, wirklich dem Kunden sagen, steck an oder der Partnerbetrieb steckt an. Es wird einfach angesteckt und der Test startet sich vollautomatisch, sobald das Auto entsprechend hohen Ladezustand erreicht hat. Der Kunde wird dann über die Web App einfach nur mehr informiert, hey, Test wurde automatisch gestartet, fahr das Auto runter. Wir können dann und werden dann auch informieren, sozusagen den Kunden gleich, ein Auto lässt sich gar nicht mehr bis 100 Prozent vollladen. Achtung, also übrigens Auffälligkeit, also das wird dann auch reinkommen. Also da kommen noch recht coole Feature auf uns zu. Wie viele Fahrzeuge könnt ihr mittlerweile messen? Wir haben jetzt eine Fahrzeugstandardliste bekommen, die EU-weit sozusagen von Relevanz ist, ich kann auch nicht den Namen nennen, anhand der Liste messen wir uns jetzt und wir haben derzeit einen Stand von, glaube ich, 88 Prozent gemäß der Liste. Mit Jänner erreichen wir, glaube ich, 83 Prozent und mit Ostern erreichen wir über 90 Prozent. Alle in Europa verfügbaren Fahrzeuge? Ja, die in dieser Liste berücksichtigt sind, dort sind aber auch schon Fahrzeuge berücksichtigt, die erst kommen werden, aber die sind natürlich weiter unten gerankt, natürlich, und auch im Volumen natürlich entsprechend jetzt gerankt. Also, wenn ich Prozent meine, berücksichtige ich auch den Market Share, sozusagen, an Fahrzeugen. Das heißt, Fahrzeuge herrschen jetzt noch nicht, da sind die, aber kommen werden, mit März, haben halt da drinnen 0,04 Prozent drinnen. Verstehe, verstehe. Das heißt, die zählen bei uns dann auch nur 0,04 Prozent, das muss ich auch fairerweise sagen. Es geht nicht darum, dass es quasi einzelne Modelle sind, sondern der Leaf hat, weil, keine Ahnung, weit verbreitet halt 4 Prozent, obwohl es nur ein Leaf ist, in Anführungszeichen. Genau, so ist es ja richtig. Und wenn jetzt zum Beispiel eine andere Marke oder ein anderer Fahrzeugtyp 10 Prozent Verbreitung hat, zählt der 10 Prozentpunkt. Verstehe. Es gibt aber kein einziges Modell, glaube ich, mit 10 Prozent. Ich weiß das alles auswendig, weil ich die Liste jetzt vorige Woche wirklich einzeln durchgegangen bin und auch wirklich selber nochmal niedergeschrieben habe und mit unseren Kollegen abgestimmt habe, welche Autos wir hier beschleunigen, dass wir die hineinbringen. Also 400, 500 E ist zum Beispiel, braucht man kein Hehl draus machen, hat, glaube ich, 5 Prozent Anteil laut dieser Liste und der fehlt uns noch. Und das wird ein Fahrzeug werden, weil wir es als nächstes sofort reinbringen werden, weil es einfach ein Riesentrocken ist. Und letzten Endes ist es auch wichtig für den Markt, weil wenn nur 0,04 Prozent Anteil ist, ist auch der Batterietest die Notwendigkeit natürlich extrem gering. Aber die Fiat 500 E-Fahrer, die mokieren sich und sagen, hey, warum so viel verkauft das Auto? Ich will das endlich haben. Und jetzt werden wir das eben genauso machen, dass wir das nach dieser Liste, die wirklich gut ist, auch so die Prioritäten einlassen in unsere Entwicklung und unsere Validierung. Aber diese Modelltests sind ja dann keine Tests von Kunden, beziehungsweise das ist dann dieses eine Modell. Ich dachte, bei euch ist vor allem wichtig, der individuelle SOH-Messung für ein Kundenauto, aber ihr macht es auch modellspezifisch. Und was ist es dann? Also was kommt dann dabei raus, wenn ihr jetzt den Fiat 500 E repräsentativ gemessen habt oder ihr messt mehrere? Was folgt aus diesem Test und aus dem Ergebnis? Naja, ich kann einfach, also ich verstehe die Frage jetzt vielleicht nicht ganz, aber wenn jetzt zum Beispiel der Marktanteil 4% ist, vom Fiat 500 E, dann können wir 4% der Kunden nicht bedienen, gar nicht bedienen, was schade ist für die Kunden. Ich glaube, ich verstehe, wo das Thema liegt. Der Nico muss diesen Test, glaube ich, machen vorher, damit er das Produkt an andere Menschen anbieten kann und deswegen braucht er das Auto in seiner Entwicklung. Jetzt verstehe ich, ja. Also es geht darum, das anbieten zu können und nicht, ihr macht nicht noch mehr. Weil blind könnt ihr kein Auto anbieten. Ja, Gerhard, genau. Also das ist der Punkt, wir reverse-engineeren die Fahrzeuge, das heißt, wir lernen die Sprache der Fahrzeuge, ja, der Batterietypen sogar. Wir müssen ja auch die Batterietype ganz genau kennenlernen und vermessen. Wir müssen ja auch diese Referenzmessungen machen, also wie viel Kilowattsturm, wie viel Energie ist von 100 bis 0% drinnen bei Neufahrzeugen. Auch das ist Teil dieser Entwicklung oder dieser Aufnahme in unser Produktportfolio des Fahrzeugs. Nebst bei, dass man die Sprache lernen muss und sozusagen in unserer Avelobox programmieren müssen und sagen müssen, hey, das sind die Befehle für die 100 Signale von der Batterie und vom Fahrzeug. Und wo kriegt ihr dann den Fiat 500 E her? Wir holen uns die Fahrzeuge immer von Partnerhändlern aus der Umgebung. So eigentlich 98% der Fahrzeuge kommen sollen. Wie viele Menschen braucht ihr bei Avilo für das ganze Business? Du meinst, wie viel wir insgesamt, wie groß unsere ganze Firma, wie viele Mitarbeiter wir sind? Oder meinst du das für das Sprachlernen oder für das Reverse Engineering? Ne, ich meine das insgesamt. Ja, oder so. Wenn, wenn schon. Und die Gegenfrage, das ist dann beides natürlich. Also wir sind derzeit knappe 30 Personen, ich glaube 28. Wir können da jetzt steigern, darum weiß ich das nie genau. Das ist immer die Frage, wann ist der Rechenzeitpunkt? War das jetzt Monatsanfang oder Ende? Und für das Reverse Engineering haben wir derzeit, ich glaube, es sind zwei Mitarbeiter. Und die krabbeln natürlich die Autos. Plus zwei Testfahrer. Okay, wir hatten vorhin über das Thema Kapazität oder Energiemenge in den Akkus gesprochen. Kapazität darf ich ja nicht mehr sagen. Da hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass das, oder das kam ja auch schon häufiger vor, dass gerade bei der ID-Familie es Unterschiede gibt in den Akkus. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen auflösen? Beziehungsweise, was mich vor allem interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt solche Baukastenfahrzeuge habt, wie die ID-Familie, auf der ihr dann zum Beispiel auch so einen Cupra Born aufbaut oder so einen Skoda Enyaq, unterscheiden die sich in ihrer Batterie, in ihren BMS-Systemen, in wie viel Energie da drin ist tatsächlich in den Akkus am Ende? Oder ist es immer das Gleiche? Also kann ich da als Kunde auch noch irgendwie einen besseren Schnitt machen, den Simply Clever Kauf tätigen, um mit dem Werbeversprechen reinzugehen? Also du sprichst jetzt eh diese Batteriegrößen an, 58, 77 Kilowattstunden und so weiter. Okay. Ja, also es ist bis dato überall die gleiche Batterietype drinnen. Das heißt, der 77er in einem ID.4 ist der gleiche wie im ID.3 oder in einem Skoda oder sonst wo. Auch das Batteriemanagement-System ist das gleiche vom Typ her oder dasselbe Typ sogar, so muss man es eigentlich sagen. Und vom Verhalten her sind sie auch sehr identisch. Also das heißt, die nennen wir es einmal die Grenzen, Brutto-Netto-Grenzen, also 100 Prozent entspricht Brutto zum Beispiel 97 Prozent, ist bei allen diesen Fahrzeugen gleich, also dieser MEB-Plattform, auch unten, also auch bei 0 Prozent gleich zu allen anderen Fahrzeugen. Das ist einmal vollkommen identisch. Okay. Weil ich hatte da das Gefühl, dass es zum Teil, aber es mag auch vor allem an den aerodynamischen Voraussetzungen der Autos vielleicht liegen, dass es da einfach Unterschiede gibt auch, weil die fahren ja auch unterschiedlich weit und alles. Aber das heißt, die Technik selbst ist, da gönnt sich VW als Beispiel jetzt nicht irgendwie ein Vorteil, um die Muttermarke einen Ticken besser dastehen zu lassen oder irgendwas in der Art, nach euren Daten. Rein die, also das ist jetzt gefährlich. Rein die Batterie, genau, rein die, Finde ich gut. Nein, 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 das ist jetzt spannend. Pass auf, rein die Batterie haben wir noch nicht direkt was bemerkt. Aber vielleicht können Sie sich noch erinnern, Skoda mit Schnellladung. Der Enyaq war in der Schnellladung immer niedriger in der Ladeleistung als der ID.4. Genau, als Beispiel, ja. Richtig. Da hat man definitiv offensichtlich bewusst hier sozusagen Volkswagen Gruppe einen Vorsprung, ich nenne es mal vorsichtig Vorsprung, ich sage mal, eingeräumt oder so. Witzigerweise, wir haben ja auch einen Enyaq in unserer Flotte und wir haben das Software-Update früher bekommen, immer kein ID.4-Update und der Enyaq lädt jetzt mit 170 kW, also weit über den spezifizierten 535. Alle, mit denen ich rede, egal, wer das ist, ich komme immer auf das gleiche Ergebnis. Es ist, alle sagen 170 kW, viel mehr, ganz unten natürlich, also bei 0 bis 10 Prozent oder so, glaube ich. Aber alle berichten das Gleiche. Also da ist es wieder interessant, dass jetzt bei der Firmware-Update-Schiene hier offensichtlich nicht auf den zeitlichen Vorsprung geachtet wurde, ja sogar ganz anders. Wir haben noch immer kein ID.4-Update und haben den fast neu uns zugelegt. Also wir haben den seit März letzten Jahres, glaube ich, oder April, wirklich ganz neu und den Enyaq haben wir erst im, ja, viel Verzögerung, ich glaube, Oktober letzten Jahres bekommen. Genau, Oktober war es. Genau, also ich gehe auch davon aus, dass hier immer ein paar Unterschiede, also ich kann mir vorstellen, dass die Unterschiede jetzt wieder kommen, noch mehr kommen werden. Ich glaube, man kommt dann, die Firmen kommen auf den Geschmacken, sprich, der einen Tochter-Marke hier etwas Nachrang einzuräumen und den anderen ein bisschen Vorrang. Ich könnte mir das vorstellen. Ich war ja auch bei GM, dort hat man das auch so gemacht. Und es ist ja auch okay irgendwo, ich zahle für ein Produkt mehr Geld, ich erwarte mir mehr und da wird auch mehr Technik sozusagen von Haus aus freigegeben. Ok. Wie funktioniert das eigentlich jetzt am Ende mit den Zertifikaten? Der Kunde macht bei euch den Test und kriegt dann ein Zertifikat mit TÜV-Stempel quasi, also vielleicht mal die AU der Zukunft. Aber was genau zertifiziert der TÜV? Eigentlich ist er ja nicht dabei bei eurem Test. Zertifizierte DMS-Methode oder wie ihr das macht oder das Ergebnis oder für was ist der Stempel vom TÜV? Der TÜV-Stempel ist dafür da, dass wir, er hat einmal den Prozess, wie wir das machen, definiert. Dann die ganzen Qualitätsstandards, das heißt auch alle, die komplette Methode, wie wir das validieren und wie wir zu dem Ergebnis kommen. Das heißt, dass wir Fahrzeuge brauchen, Referenzfahrzeuge, wie wir es nachmessen, wie wir es nachprüfen. Also auch die, ich sage einmal, er hat auch zertifiziert, dass wir das eben genau und präzise durchführen. Und er hat auch innerhalb seiner Zertifizierung uns stichprobenartig geprüft. Das heißt, er hat ein Fahrzeug, ich weiß nicht wie oft, etliche Male entladen, in allen möglichen Facetten, schnell, langsam, heiß, kalt, warm, dünn, dickdünn und hat immer denselben Wert rausbekommen, hat, oder plus minus ein Prozent oder so. Also auch hat das, hier hat sich die Rohweite auf den Tisch legen lassen, hat sich alle unsere Methoden, Berechnungsmethoden sozusagen erläutern lassen. Also ich sage einmal, es ist schon mehr als nur ein Standardprozess, aber ja, er zertifiziert jetzt nicht in jedem einzelnen Fall die Genauigkeit. Das kann man nicht. Aber er zertifiziert sozusagen den gesamten Prozess hinter Rücks, die ganze Mathematik dahinter, die ganze Art und Weise, wie wir das eben machen. Und wie wir sozusagen neue Fahrzeuge in das Portfolio mit einbauen. Weil das ist auch letztendlich ganz wichtig. Also ein bisschen wie so eine Homologation bei einem Autohersteller, wenn er ein Auto baut, der muss die ja auch nicht vorher durch den TÜV schicken, sondern da geht es darum, dass der Hersteller von irgendeiner Prüforganisation zertifiziert wurde, das genau so zu tun, wie er es tut. Exakt. Es ist genau so. Es ist nicht schlechter, im Gegenteil. Ihr könnt es uns glauben, wir sind da auf Herz und Nieren geprüft worden, weil es war etwas Neues. Es hat denen einen Riesenspaß gemacht, dem TÜV. Ja, die haben das noch nicht, das war ganz was Spannendes. Und es war auch so, dass der TÜV uns am Anfang gesagt hat, ach, kein Problem, die alternieren ja eh alle nicht. Das ist ja gar nicht messbar, die Autos. Das war so die Einstellung vom TÜV hier in Österreich. Die gesagt haben, ja, das ist überhaupt kein Thema. Und dann haben wir ihm die ersten Beispiele, also ein paar Beispiele gezeigt und dann so geschaut, das gibt es ja gar nicht. Und dann haben wir aber schon ganz glücklich, dass er die, die haben sich einige Autos angeschafft und haben die Messungen dann selbst nach der RIM, die wir uns zertifiziert haben, bezahlt und gekauft bei uns, weil sie eben beweisen wollten dem Hersteller, dass bis 0% gar nicht die Energie verfügbar ist, die im Datenbank steht. Also das war dann recht witzig sozusagen. Okay, das hat aber wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass das Zertifikat für euch besonders günstig war, Freundschaftspreis oder so, wird schon relativ teuer sein, oder? Nein, nein. Definitiv nicht ich da. Okay. Ja, also insgesamt wird es ja auch sehr, sehr relevant, wenn man die Garantiebestimmungen der Hersteller anschaut. Das ist ja in der Regel so Laufleistung acht bis zehn Jahre wird dann garantiert, dass der SOH bei maximal 160 bis 200.000 Kilometer nicht unter 70% sinkt oder unter 80%. Wenn jetzt ihr was rausmesst im Garantiebereich und sagen wir mal, der SOH kommt bei euch raus mit 69%, dann kann ich damit doch zumindest mal zum Hersteller gehen und sagen, da stimmt was nicht. Bitte Garantie. Bitte neu. Ja, also ich finde es cool, wie lustig du das ansprichst. Ja, klar kann man das und das ist auch das Ziel. Ich schicke jetzt gleich die Frage voraus, die uns viele Kunden fragen. Ja, habe ich denn eine Garantie dann darauf? Also ja, auf unseren Wert schon, aber ich kann nicht garantieren, dass die Batterie getauscht wird. Das ist unmöglich für mich. Aber, und das sind die guten Nachrichten, wir haben bis jetzt, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, aber es sind schon ein hoher zweistelliger Zahlenwert an Kunden, denen wir durch unser Zeugnis oder durch weitere Daten, die wir dann natürlich zur Verfügung stellen, wenn eine Diskussion kommt, zu Tausch von Batteriemodulen, Tausch von Packs oder Reparaturen verholfen haben, die er ohne uns überhaupt nicht bekommen hat. Also das beste Beispiel ist für mich ein Kunde, der war außer der Garantie bereits, Nissan Leaf, der hatte wirkliche Probleme. Der hat gesagt, er hat die halbe Reichweite und der hatte den Gesundheitszustand selber in der Anzeige mit dem Strichlein da drinnen, im Fahrzeug. weiß nicht, wisst du das, der Leaf ist da drin, diese Strichlein. Ja, der Leaf ist doch eines der wenigen Autos, der selber den SOH anzeigt und nicht nur irgendwie über die OBD schwierig auslesen lässt, den das Batteriemanagement rausgibt, sondern der Leaf kann das ja selber oder konnte das, kann der aktuelle das auch? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber dieses Auto, das ist eben fünf Jahre alt, das ist der Leaf ZD0 und der hat diese Displayanzeige. Das sind so, ich glaube zwölf Strichel sind möglich, glaube ich, es waren elf. Und der Kunde kommt zu uns und sagt, ah, er hat uns gesehen im Fernsehen und in den Nachrichten und das ist ein Wahnsinn, er kommt überhaupt nicht mehr Reichweite. Ich habe gesagt, naja, was hast denn du da für Reichweite circa gegenüber neu? Ja, super, dass du das fragst, weil es hängt ja von der Fahrweise ab, also auch da die Frage richtig, wie war es, wie ist es heute gegenüber deiner Fahrweise vor vier, fünf Jahren? Da hat er gesagt, du, es ist nur mehr 60 Prozent geschätzt, 50, 70 Prozent, er weiß es nicht genau. Du möchtest den Test machen. Und dann haben wir den Test, hat der dann gemacht, ist zurückgekommen, wir haben ihn natürlich sofort angerufen, weil der Gesundheitszustand war 54 Prozent oder so, also gerade schlecht. Die Zellen sind aber sehr schön, bitte? Gott, das ist echt krass, 54 Prozent ist heftig. Ja, bei 110.000 Kilometer oder sowas. Und die Zellen sind aber sehr schön beisammen gelegen, also sehr eng beisammen. Und es ist nicht in einer Zelle ausgeritten bei dieser Fahrt. Und wir haben dann gesagt, da nimm das Zeugnis, da hast du kein Problem. Der Kunde ist dann hingefahren zur Werkstatt, zu seinem Händler und hat die Batterie eben eine Beschwerde bekommen, also gegen Anbord, das gilt da nicht, aber er schaut sich das an. Dann sagt er ihm, ja, nach fünf Minuten, ja, das Auto hat 95 Prozent Gesundheitszustand. Und dann hat er gesagt, ja, super, das brauchst du mir nicht erzählen, ich sehe selber, elf Striche von zwölf, kann ich selber dividieren oder 92 Prozent oder was auch immer. Er sagt, ja, aber das kann es ja nicht sein, Fahrhalt die Runde oder was. Du kannst nicht fahren und es muss mal kälter und berücksichtigen und die Fahrweise und so. Und ist dann zu uns gekommen, und er hat gesagt, ja, es ist abgeblitzt. Habe ich gesagt, gut, dann machen wir es folgendermaßen, wir liefern unsere Protokolle dazu, das heißt, die Kilowattstundenzahlen, die ganzen Diagramme, die GPS-Trace, wo wir den Beweis haben, dass wir auf die Teststrecke gefahren sind, die Geschwindigkeitsbeweis dafür, wie schnell er gefahren ist maximal. Ich habe extra vorher gesagt, fahr nicht über 120, weil es eh wahrscheinlich ein Streitfall wird. Also fahr gleich in Richtung WLTP. Ja, und dann haben wir gesagt, würdest du eine WLTP-Rolle wollen, würdest du das bezahlen wollen? Nein, hat er gesagt, probiert es einmal nicht. Habe ich gesagt, gut, dann liefern wir das nach. Dann haben wir ihm das nachgeliefert, hat er gesagt, gut, er fragt nach beim Hersteller, also der Händler hat dann gesagt, er fragt nach bei der Zentrale. Dann kam der Anruf von unserem Kunden, hat gesagt, es tut mir leid, es ist traurig, er hat Garantiebedingungen irgendwann unterschrieben, die sich geändert haben und er hat gar keine Garantie mehr. Das war dann blöd. So, habe ich gesagt, lieber Kunde, ist dir irgendwas sonst aufgefallen? Ja, schon am Anfang ab und zu, wenn er Vollgas gegeben hat, bergauf, und wirklich volle Kanne auch halb voll geladen oder voll geladen, ist einfach das Auto stehen geblieben. Sag ich, na Moment, können wir das beweisen? Das wäre der Knaller. Er hat gesagt, ja, das ist ganz selten. Habe ich gesagt, kein Problem, unser Gerät ist ja auch ein Datenrekorder, wie ein Flight Recorder, wie so ein Datenschreiber. Kriegst das Gerät einfach und fährst halt einen Monat. So, haben wir damit einen Spendenpreis vereinbart, war total, war ja total willig, da den Fehler zu finden und hat gefahren und hat zu mir gesagt, Nico, ich schaffe das nicht und so weiter. Da habe ich gesagt, du, hast du, was hast du da anders gemacht? Sagt er, naja, ich traue mich halt auf der Autobahn nicht bergauf fahren länger, ich möchte nicht lebensgefährlich mich verletzen oder Hindernis sein. Da habe ich gesagt, du weißt was, du hast doch Eco-Mode und Sport-Mode. Probieren wir es mal im Sport oder nicht Eco-Mode. Und dann habe ich mir das Auto geliehen, ich wohne da in den Hügeln neben Wien, im Wienerwald, 500, 600 Meter Höhe und ich habe da eine Strecke, wo es auf der Landstraße bergauf geht, für sicher so 100 Höhenmeter bergauf konstant. Und da habe ich dann einfach das Auto richtig Eco-Mode raus, also nicht Eco-Mode, Vollgas, was gegangen ist und siehe da, nach vier Sekunden oder sechs Sekunden, Komplettabschaltung, Haupttragläs geöffnet, Ausrollen des Fahrzeugs, alle Lampen geleuchtet, fertig. Das Ganze haben wir mit der Drohne live gefilmt, Import-Kameras, GoPro-Kameras, alles live aufgenommen. Mich noch am Handy-Kommentar bei unserem Portal, unsere Monitoring-Daten kann man auch von dem Tablet oder so darstellen und mit dem sind wir dann wieder zum Nissan-Händler gegangen und haben gesagt, so Leute, das ist lebensgefährlich und haben auch vorher noch die Daten ausgewertet und haben festgestellt, dass die Zellspannungen 1,4 Volt erreicht haben bei einigen. Und das ist nicht so richtig gesund mehr. Genau, und 1,4 Volt ist einfach, das ist einfach nicht okay, das ist gefährlich, das ist brandgefährlich. Das ist, die Zelle ist Schrottmüll, die Sondermüll. Also es steht in jedem Zellhersteller ein Datenblatt drinnen, wenn die Zellspannung von 1,4 Volt erreicht ist, dann ist die Zelle zu entsorgen. Das Beste in dem Auto kommt noch, wenn man 10 Minuten wartet. Ich habe eine Batterie mitgehabt, eine portable Wechselrichter und 2 Kilowattstunden Batterie. Ich wollte schon nachladen, aber dachte ich, warte mal, ich kenne das noch von GM, warten, schau, ob der Fehler noch da ist, schalte das Auto wieder ein, konnte ganz normal wieder fahren, habe wieder die gleiche Strecke gemacht, bin wieder dort liegen geblieben. Also man konnte das reproduzieren. Und für diejenigen Zuhörer, die sagen, ja, da war die Batterie wahrscheinlich leer, genau diese Argumente kamen auch vom Händler. Nein, sie war auf 80 Prozent geladen oder 70. Also, und man sieht dann plötzlich den SOC-Burzeln auf 0 Prozent. Das sieht man noch gerade und dann ist alles still. Und nachher schalten wir wieder ein und wir sind wieder auf 70 Prozent. So, also wie gesagt, so und da haben wir das dann geschafft, mit diesen Protokollen und mit diesen Beweismitteln sozusagen, ohne Anwalt, ohne irgendwelchen Drohungen hier einfach sozusagen per Kulanz die komplette Batterie getauscht zu bekommen und zwar wirklich die komplette Batterie. Es war keine neue Batterie. Wir haben die Batterie sofort nachher vermessen. Ich glaube, es lag irgendwo bei 75 Prozent Gesundheitszustand. Ist okay für 100, jetzt mittlerweile 130.000 Kilometer und das Autoalter. Ist natürlich nicht das Beste, aber wie gesagt, das Auto ist vom Totalschaden zu einem, sage ich mal, äquivalenten Wert wieder hochgepusht worden. Wahnsinn. Jetzt ist ein Extrembeispiel. Was ist denn bei euren Messungen, was kommt am meisten raus, wenn es denn so ein Defekt gibt? Sind es dann einzelne Zellen, die defekt sind oder degradieren die Systeme da in der Regel eher homogen? Ich finde, das ist das mit dem Leaf, von dem du gesprochen hast, nicht als homogenes Degradieren bezeichnet. Das ist irgendwie schon verrückt. Ja, das war wirklich verrückt. Wie ist das da in der Regel? Also beim Leaf noch zum Setzen, das waren ein paar Zellen, waren so auffällig. Es war nicht eine einzelne, das war interessant, auch in verschiedenen Modulen. Und es war auch wirklich so, dass die Kapazität von vielen anderen Zellen auch ziemlich tief war. Also es waren nicht jetzt die paar Zellen, die schuld waren an den 45 oder 50 Prozent Gesundheitszustand. Aber an diesem Einbruch plötzlich, das waren einige Zellen, die nochmal aus der Reihe getanzt sind. Was uns generell so auffällt, ist, ja, sie altern sehr gleichmäßig, aber die Fahrzeuge, die Tauschbatterien oder Module getauscht bekommen haben, also die, die die ganzen getauscht gekriegt haben, da war es wirklich so, dass die gleichmäßig gealtert wurden und dort, wo einzelne Zellen aus der Reihe getanzt sind, dort wurden Module getauscht. Das war so. Oder gebalanced. Wobei das Balancing auch, so ist es nun mal in der Physik und der Technik, wenn über 50, 60.000 Kilometer eine Zelle davonläuft, sozusagen, als sie sich wegbalancet, also in die Inbalance kommt, dann hat das einen Grund und dann reicht nicht einfach wieder balancieren, weil das tut ja das Auto eh permanent oder versucht. Und wenn es nicht kann, dann tue ich mir von außen auch schwer. Also es hat dann letzten Endes immer in Modultausch gemündet, weil Einzelzellen zu tauschen geht ja nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Gibt es auch, also messt ihr eigentlich auch Plug-in-Hybride oder macht ihr nur BEVs? Genau. Wir machen jetzt immer mehr Plug-in-Hybride. Wir haben da recht wenige noch im Programm, aber schon ein paar. Und das wird jetzt der Fokus drauf gelegt. Also wir ziehen hier nach und reagieren hier sozusagen speziell auf den deutschen Markt, wo ja die PFEVs sehr stark, also die Plug-in-Hybride sehr stark in den letzten Jahren gefördert wurden. Also es geht jetzt schon wieder stark nach unten, die verkaufte Stückzahl, was ich so höre von unseren Partnerbetrieben, weil eben die Förderung reduziert wurde massiv, glaube ich. Also sie wird nächstes Jahr gekillt. Oder gekillt, ja. Genau, also diese Geschichte fällt da weg. Das heißt, aber trotzdem pushen wir die Plug-in-Hybride, weil wir einfach sehen, der Markt ist da, vor allem in Deutschland ist ein großer Markt. Und wir sehen auch bei den FEVs ganz stark, dass hier die Batterien, wenn ich sie benutze, stark schneller altern als in rein elektrischen. Ah, echt? Ja, warum? Ich habe die gleiche Fahrzeugmasse. Da ist es sogar noch schwerer, weil ich habe zwei Systeme drinnen oder ähnliche Masse. und ich muss aus einer kleineren Batterie, erwartet sich der Kunde, dass er trotzdem rein elektrisch, wenn er die Taste gibt und wenn er sie drückt, rein elektrisch fahren, das trotzdem auf 100, 120 beschleunigen kann. Und das in angemesseter Zeit. Das heißt, jeder kann sich überlegen, dass für die kleine Batterie, die meistens nur ein Fünftel oder größer ist, ein Drittel, ein Fünftel, der Stress aber trotzdem dann der gleiche ist. Das heißt, auf Batteriegröße bezogen ist das der dreifache, fünffache Stress. Oder auch, auch ein super Thema, Vorheizen des Fahrgastraums. Wenn ich jetzt den Fahrgastraum rein elektrisch vorheize und ich habe nur ein Fünftel der Batteriegröße in Kilowattstunden, dann habe ich mal 30 Prozent der Batterie schon verbraucht nur fürs Aufheizen der Kabine. Dann habe ich überhaupt keine Reichweite mehr. Also, und auf die Zyklenzahlen. Also wenn einer das nutzt, wir haben hier im Bekanntenkreis einen von der ersten Stunde an als Partner, der fährt am Tag zwei Vollzyklen auf die Batterie. Jeden Tag. Hin in die Arbeit, in sein selbstständiges Büro, dort lebt er wieder aufgemütlich, am Abend wieder nach Hause. Und das sind 600, 700 Zyklen im Jahr. Okay, da ist dann schnell Schluss. Genau, da kann man dann, gut gesagt, aber da kann man dann wirklich sagen, da sieht man auch einmal mehr, dass der Kilometerstand überhaupt nichts über die Batteriegesundheit aussagt. Weil, wenn ich jetzt da sage, 700 Zyklen, dann sind das gerade mal, ja, ich kann schlecht Kopfrechnen, aber wenn ich jetzt pro Batteriezyklus 30 Kilometer schaffe, dann sind das lächerliche Kilometerzahlen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Plug-In-Kunden oder einen Plug-In-Fahrer, der nie elektrisch fährt, der hat das Kabel nicht mal ausgepackt. Das heißt, der Kilometerstand ist dann rein spritmäßig gefahren. Also die Batterie ist wahrscheinlich noch top in Ordnung. Du hast jetzt gerade vorher bei dem Leaf angesprochen und hast so eine Relation gesetzt zu einer 10.000 Kilometer. Das Auto war zehn Jahre alt oder so und da werden die 70 Prozent noch so ungefähr angemessen. Ich dachte immer, die Garantieangaben sind quasi so eine untere Grenze und die meisten Autos würden deutlich besser rauskommen. Wie ist das nach eurer Erfahrung? Ist es so, dass die Batterien so ungefähr so altern, wie die Garantiegrößen das angeben? Schau, wir haben natürlich die Fahrzeuge, wir haben Teslas mit 1,8 Millionen und 2 Millionen Kilometer vermessen, dritte Batterie. Das heißt, die Batterie hat auch schon 600.000, 700.000 Kilometer gesehen. Wir haben gerade die Fahrzeuge vermessen von dem österreichischen Fahrzeug, das jetzt glaube ich 600.000 Kilometer gefahren hat, mit einem Gesundheitszustand, glaube ich, noch von 78 Prozent Gesundheitszustand. Wir haben aber auch jetzt, ich sage mal, günstigere Fahrzeuge ohne Terminalmanagement. die 250.000 Kilometer haben mit einer kleinen Batterie, wo man sagt, entsprechend zur Batteriegröße ist es wie eine große Tesla-Batterie, weil so muss man sich auch denken, eine 30 Kilowattstunden Batterie, einen Leaf oder Zoe, wenn ich da jetzt auch wie 600.000 Kilometer erwarte, ist schwer möglich, die Batterie ist noch halb so groß. Das heißt, ich müsste doppelt so viel, dreimal so viele Zyklen fast drauf fahren. Also wir sehen auch, dass jetzt bei diesen günstigeren Fahrzeugen auch die Batterien teilweise auch überdurchschnittlich lange halten. Aber der Punkt ist ja, die Strauung macht es aus. Also das heißt, wenn ich ein Auto hernehme, das haben wir ja auch gut verglichen mit vielen, vielen Tests, tausende Tests, wenn ich jetzt 100.000 Kilometer hernehme und ich vergleiche alle Gesundheitszustände, dann habe ich eine Varianz zwischen 50 Prozent und 98 Prozent. Je nachdem, wie das Auto behandelt wurde, was für eine Batterie ich gekriegt habe, ob ich so einen Zelldefekt drinnen habe, ob ich ein statistisches Streuproblem habe, ob ich einfach einen Fahrer habe, der permanent die Batterie halt in allen Kategorien sozusagen schlecht behandelt hat. All das geht hier mit ein. Und was wir eben immer wieder bemerken ist, wenn ich jetzt ein gebrauchtes Auto kaufe, dann möchte ich eben einen adäquaten Preis für den schlechten Gesundheitszustand zahlen oder auch einen höheren dann für 95 Prozent und 100.000 Kilometer. Und ich möchte nicht sozusagen einen Preis bezahlen und nachher erst erfahren, hoppla, der hat ja leider nur 60 Prozent Gesundheitszustand. Oder hey, super, das war ein Schnäppchen, der hat 95 Prozent Gesundheitszustand. Also das ist so der Punkt. Ich muss ehrlich sagen, die Streuung macht das aus. Die Streuung macht es aus. Das ist das Gefährliche. Und ich kann nicht sagen, das möchte ich auch vorausschicken, ich kann nicht sagen, statistisch wirklich, wie soll ich sagen, statistisch garantiert, wo der Durchschnitt liegt, weil zu uns kommen ja sicherlich vermehrt die Kunden, die Probleme haben. Das ist der Punkt. Das heißt, ich habe nicht einen Auszug aus der kompletten Bandbreite von Fahrzeugen, also von Kunden, die kommen, wo alles super ist. Und natürlich sehen wir hier sozusagen eher eine Verzerrung hinunter zu, weil mehr Kunden kommen, die die Probleme haben. beantwortet das so deine Frage, Gerhard. Ja, total. Ich muss nochmal auf diese einzelnen Zelldefekte zurück. Moderne Batteriemanagement-Systeme können ja eigentlich genau das oder könnten, können genau das ausbügeln, also diese einzelnen Zelldefekte. Siehst du das auch oder seht ihr das auch, dass da die Batteriemanagement-Systeme besser sind oder auch besser werden, solche Einzelprobleme auszubügeln? Klares Nein, wir sehen hier gar das Gegenteil. Echt? Wir sehen, ja, wir sehen in den neuesten, also, also muss man mal sagen, also technischer jetzt das Ganze beantwortet. Ausbügeln kann ein BMS schwer einen Zelldefekt, eigentlich kann es das gar nicht, Okay. Das ist unmöglich, ja. Das Balancing, also ich hole es für die wirklichen Technik-Freaks aus, wenn ich darf, das Balancing dient dazu, die Variation der Selbstentladung zu kompensieren. Also ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht sich schon mal gehört oder viele Interessierte, jede Batterie entlädt sich selber, auch Knopfzellen oder Einwegbatterien jetzt, Akkus sowieso, also aufladbare Batterien entladen sich noch viel schneller selbst. Lithium-Technologie entlädt sich sehr langsam selbst. Aber auch dieses bisschen Selbstentladung ist nicht ideal. Warum? Wenn sich jetzt eine spezielle Zelle immer ein bisschen schneller als die anderen selbst entladen würde, dann muss genau dieses schnellere Selbstentladen kompensiert werden durch irgendeinen Mechanismus und dazu dient das Balancing und nur dazu. Das heißt, ein Zelldefekt, wo wirklich innerhalb von ein, zwei Jahren zehn Prozent Kapazitätsverlust und ich meine jetzt wirklich Kapazitätsverlust sich durchschlagen, das kann ein Batteriemanagement-System niemals ausgleichen. Außer schlagwerkaktives Balancing-System, aber da sind auch Grenzen gesetzt. Also das heißt, ein Balancing-System kann nur diese Variation der Selbstentladung ausgleichen und wir sehen jetzt den Fall, umgekehrten Fall, also ja, solche groben Zelldefekte kann ein Balancing-System niemals ausgleichen, aber wir sehen den umgekehrten Effekt, dass immer mehr Neufahrzeuge mit Niedrigskilometerstand, also 5000, 2000, 10.000, halbes Jahr alter, Zelldefekte aufweisen oder eine Imbalance. Also das ist ganz spannend. Und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich habe 200.000 Tests gemacht und davon sind 1000 auffällig, bei uns ist die Stückzahl noch kleiner, aber wir können statistisch schon sagen, da gibt es Auffälligkeiten und speziell in den letzten eineinhalb Jahren, wo wir ganz klar sagen müssen, fast Neufahrzeuge haben Zellprobleme, die wir mit unserem Flashtest auch schon ausgeschleust haben und dann sofort Richtung Händler wiedergebracht haben und gesagt haben, hey, da ist was faul. Und ein Händler, das war lustig, letzte Woche, hat uns dann gesagt, ja, der ist Teil der Rückholaktion der Wagen. Und wir haben vor dem Händler noch gewusst, dass der Rückholaktion was faul ist sozusagen. Also hier kann man auch wieder sagen für die Techniker, es wurden keine Fehlercodes getriggert bei all diesen Fahrzeugen und das ist nicht gut. Übrigens auch bei dem Nissan Leaf. Genau, auch bei dem Nissan Leaf wurden keine Fehlercodes getriggert. Das muss man sich vorstellen, also da ist kein Fehlercode hinterlegt. Also im Fehlerspeicher, der ist leer. Das ist eigentlich verrückt. Genau, richtig. Vielleicht in dem Moment des Auftretens nichts, aber du schaltest wieder ein, nichts eingetragen. Und darum sagt doch der Händler, der tut sich auch schwer. Ja, wie soll er, er muss es ja reproduzieren können. Und so ein Fall wie den Fall kannst du in der Werkstatt nicht reproduzieren. Während zum Beispiel so Sachen wie mit dem Flash, das wir detektieren, mit dem Flash des Zeugnis gemeinsam dazu, da tut sich der Händler ganz gut, weil da hat er schon so eine Voranleitung, da steht schon drinnen, Zell spreizung, Defektproblem und wenn dann ein Defekt ist, geben wir noch das Protokoll, also das Diagramm dazu, wo dann genau steht, welche Zelle ist auffällig und dann weiß er schon Bescheid, was er hat. Okay. Also auch hier unterstützt man die Händler, weil man muss auch sagen, die haben einfach einen riesen Aufholbedarf. Die müssen jetzt da auch in die Gänge kommen recht schnell und da müssen wir ihnen helfen. Und der Flash, das ist so ein Mittel auch zum Zweck. Was mich noch interessieren würde, gibt es einen Unterschied zwischen Premium und Volumenherstellern? Also seht ihr da auch was? Also ist die, keine Ahnung, Taycan-Batterie besser, langlebiger als die Zoe-Batterie ganz grundsätzlich? Ich würde es jetzt einmal so sagen, das gibt die Statistik noch nicht her. Okay. Der Taycan ist recht neu, die Stückzahl ist überschaubar und so ist alles das Gegenteil. Ja, okay, verstehe. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich das Punkt und wir wollen ja das seriös betrachten und nein, da könnten wir noch nichts ableiten davon. Und ich brauche dann auch die Variation, weißt du, ich muss dann, der Zoe war kein typisches Schnellladefahrzeug zum Beispiel. Der Taycan ist genau das. Das heißt auch hier habe ich dann immer diese, wenn wir dann die Stückzahl haben, habe ich dann trotzdem diese Unschärfe. Natürlich kann man das dann raussuchen, aber dann sinkt die Probandenzahl. Das heißt, wenn ich dann 10.000 Taycan-Tests habe, werden wahrscheinlich 99 Prozent davon viel am Schnelllader waren gewesen sein. Das heißt, ich habe dann nur mehr die, die nicht am Schnelllader waren und kann die dann vergleichen mit den Zoe's, die nicht am Schnelllader waren oder praktisch nicht am Schnelllader waren. Und das ist wichtig, dass wir hier immer genau sozusagen korrekt Äpfel mit Äpfel vergleichen. Oder die Apfelsorte A mit B und nicht Pflaumen mit Äpfel oder mit Melonen oder so. Das wäre ganz schön. Wir sprechen jetzt schon relativ lange, außergewöhnlich lange für den Move-Podcast. Ich würde trotzdem jetzt nochmal gern grundsätzlich in euer Messsystem einsteigen, einfach, dass ich es auch verstehe. Ihr berechnet aktuell ja den SOH, indem ihr die verbrauchte Energiemenge euch anschaut. Wieso macht ihr das nicht beim Laden? Das gibt es ja bestimmt auch irgendeinen total sinnvollen Grund, weil dann müsste ich nicht fahren und das wäre eigentlich viel angenehmer für die meisten Leute wahrscheinlich. Genau, also vereinfacht gesagt hast du vollkommen recht, das ist in Wirklichkeit noch viel komplexer. Also wir modellieren beim Fahren sozusagen die Batterie nach und dann wird danach noch einmal sozusagen dieses Modell beaufschlagt mit einem WLTP-Zyklus, also mit einer mit einem Fahrverhalten entsprechend des WLTPs und dann wird dieses von 100 bis 0 Prozent durchgefahren virtuell sozusagen. Also so ist es, das ist so unser Prinzip. Okay, warum nicht über die Ladung? Ja, das Thema, wir haben ja hierzu auch immer wieder Untersuchungen gemacht schon von Anfang an und alle Möglichkeiten hier abgescannt und betrachten das auch immer wieder noch mit bei. Das Thema ist, dass wir halt auch zwischen Ladung und Entladung oder sagen wir mal so, bei einem Gesundheitszustand habe ich ja vorher ausgeholt oder begonnen zu erklären, WLTP-Zyklus beziehungsweise WLTP-Reichweite. Das heißt, bei der Entladung wie viel Reichweite habe ich? Also das heißt, wir reden hier von Entladung. Deswegen machen wir auch die Kilowattstunden, wir zählen die beziehungsweise entsprechend bei der Entladung modellieren wir das und berechnen das danach. Wenn ich jetzt eine Ladung hergehe und hernehme, dann habe ich noch einmal den Unterschied, dass ich sozusagen hier den Ladewirkungsgrad berücksichtige. Also wenn ich bei unserer Methode jetzt bleiben würde, sprich Entladung und das ist letztendlich das, was den Kunden interessiert, was jeden interessiert, wie viel Reichweite habe ich, dann müsste ich von der Ladung mal auf die Entladung umrechnen oder ich müsste ein Modell erstellen bei der Ladung, das ich dann sozusagen für die Entladung verwende, vielleicht aber optimieren kann nur bei der Ladung, aber für die Entladung ja verwende und dann dieses Modell beaufschlag mit Entlade-Daten, also mit einer Entladung. Das heißt, ich habe hier immer diesen, ich nenne es jetzt vereinfacht bitte, die Umrechnungsfehler, die noch dazukommen zwischen Ladung und Entladung. Und das ist das, wo wir gesagt haben, das wäre noch mal ein Fehler drauf, den wir eigentlich vermeiden wollen. Aber es gibt ja andere Anbieter, also für Batteriegarantien beziehungsweise die sowas auch erarbeiten, finde ich, sollten wir und können wir auch der Vollständigkeit halber sagen. Es gibt beispielsweise aus München Twice, es gibt Acure heißen die, glaube ich, die kommen eher aus dem Rheinland, die auf andere Werte zurückgreifen beziehungsweise bei der Auswertung auch irgendwie von meinem Gefühl her noch mehr auf das Thema Modellieren setzen. Ihr wollt jetzt den ganzen Ladehub oder Entladehub für die Berechnung als Grundlage, die benutzen teilweise nur 20 Prozent. Welchen Einfluss hat das dann am Ende deiner Meinung nach auf das Ergebnis auch? Ja, es ist halt so wie überall bei den Tests. Wir haben auch diesen großen Hub gewählt, weil wir einfach sagen, je mehr Hub, desto präziser. Ich muss weniger extrapolieren, ich muss weniger hochrechnen und je länger ich eine Messung mache, desto präziser bin ich. Das ist einfach allgemein, so egal wie gut. Es gilt jetzt auch für noch bessere Modelle. Je kürzer der Betrachtungszeitraum, der Messzeitraum ist und je weiter ich dann auf das Gesamte extrapolieren muss, hochrechnen muss, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Das kann vielleicht typisch auch ganz gut liegen, aber die Ausreißer oder die Fehler, wo ich dann wirkliche Fehler mache, 7, 8, 10 Prozent, die können häufiger werden. Das ist die Gefahr dabei, die ich dabei sehe. Also je kleiner ich den Hub nehme. Und ein BMS, ich habe es vorher besprochen, dieses BMS-Verhalten, also dieses Batteriemanagementsystem Verhalten, das ist auch so ein Thema, wo ich sagen muss, das kann man halt nicht berücksichtigen. Das können auch wir schwer berücksichtigen, wenn wir mal ein Produkt anbieten durch Entladung von 20 oder von 30 bis 40 Prozent durchs Fahren zum Beispiel oder eine Probefahrt durch eine Viertelstündige oder Halbstündige. Da ist dann immer dieses Risiko noch da, was tut denn das BMS wirklich da oben? Also das heißt, darum sage ich, unser Test wird immer bleiben, auch wenn wir dann mal den Test dann in den kleinen, engeren Grenzen anbieten werden, den Entladetest, aber nämlich für die Kunden, wo die sagen, da habe ich Bauchwürdig, ist da was aufgefallen beim Vollladen. Also speziell für die wird das dann trotzdem noch, glaube ich, wichtig sein. Und das ist einfach die absolute Präzision. Wie siehst du eigentlich so die Zukunft eures Unternehmens, also auch im Hinblick auf Geschäftsentwicklung und Bedarf und also wo wollt ihr hinwachsen, wo siehst du euch in ein paar Jahren? Also grundlegend mal, so wie wir da jetzt miteinander gelernt haben, was Energie am Bärstunden ist, wollen wir mal haben, dass unsere Methodik, genau unsere Methodik, den SOZH zu berechnen. Ich rede jetzt nicht vom Modellieren, sondern ich rede einfach nur, was steht im Zähler vom Bruch und was steht im Nenner, also was dividiere ich durch was? Das sollte mal dringend standardisiert werden. Wir sind da bemüht, das zu kriegen, das ist ein ewig langer Prozess, dass einfach mal gesagt wird, das ist der energetische Gesundheitszustand und ich dividiere und ich bewerte den Bereich 100 bis 0 Prozent und nicht 100 Prozent bis Stillstand oder sonst irgendwas. Ich könnte auch definieren, einfach weil ich lustig bin, von 100 bis 50 Prozent. Könnte ich genauso machen. Ja, dann könnte ich sagen, unser Test, sie brauchen nur von 100 bis 50 Prozent fahren, dann brauchen wir auch nichts mehr hochrechnen, dann müssten wir nur mehr Temperatur kompensieren. Aber das soll es ja nicht sein. Wir wollen ja auch genau dieses Verhalten haben, wenn bei 20 Prozent was wegkneckt. Was ich sehe und was ich mir wünsche, dass unsere Methodik einfach zu einem de facto Standard überall wird, Europa, weltweit, weil es das braucht und das würde ich jetzt genauso sagen, wenn ich nicht Avalo wäre und das wünsche ich mir für uns alle, das wünsche ich mir für die ganzen Kunden, ob das Businesskunden sind, ob das Endkunden sind. Das wünsche ich mir genauso für die Umwelt. Warum? Denn auch hier, ich habe vorher so erwähnt, den Brutto-Gesundheitszustand, ja, der kann wichtig werden, wenn wir in Richtung Second Use gehen. Weil eine Batterie, selbst mit 50 Prozent Gesundheitszustand, wenn keine Zellen ausreißen und keine Brandgefahr besteht, wenn ich die geschenkt bekomme oder um einen super günstigen Schnäppchenpreis für den Schrotthändler, dann stelle ich mir die in meinen Garten, habe da ein kleines Häuschen, das ist mein Batteriespeicher und ich habe noch immer 30 Kilowattstunden für vielleicht 500 Euro und nicht für 10.000 Euro. Und das ist letzten Endes das, ich gebe sozusagen wirklich dann der Batterie noch einmal ein zweites, eigentlich ein drittes Leben, weil das zweite Leben ist für mich immer das, durch unseren Gesundheitszustand, ein Kunde, der sagt, ich mag das Auto nicht mehr haben oder ich möchte es verkaufen und andere sagen, ich weiß nicht, ich möchte nicht die Katze im Sack verkaufen, dem geben wir ein zweites Leben, weil der sieht dann genau, okay, 80 Prozent oder 70 Prozent, ich zahle einen super günstigen Preis, aber meine Mutter fährt das Auto noch täglich zum Bäcker, zum Supermarkt, die Kinder abholen, Kurzstrecke, perfekt und fährt vielleicht noch fünf Jahre mit nur halber Reichweite. Und so habe ich einmal durch das Avalo Premium Test, Zeugnis oder Flashtest in mein zweites Leben eingehaucht, weil einfach eine Seriösität da ist, ein Vertrauen da ist in die Batterie und dann noch ein drittes Leben, in dem ich sage, wenn sie ausgebaut wird oder bevor sie ausgebaut wird, wird noch einmal gemessen und dann kommt sie in meinen Vorgarten, euren Vorgarten als Batteriespeicher. Okay, und wie viele Tests habt ihr inzwischen gemacht? Wann verdient ihr Geld damit oder habt ihr schon Geld damit verdient? Das ist jetzt eine klassische Frage von einem Investor. Wer weiß, was nach dem Podcast passiert. Wer weiß, wo der Gerd noch seine Finger im Spiel hat. Ja, also wir kratzen an der Zehntausender Marke, das ist das Tolle dran, bei den Premium Tests und ja, wann wir Geld verdienen. Wir müssen sozusagen und wollen natürlich möglichst rasch Geld verdienen und ich sage einmal vorsichtig, das wird sehr bald so sein, wenn die Tendenz so weiter steigt. Okay, das ist doch immer gut. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch dabei auch noch viel Erfolg. Bevor der Move-Podcast jetzt aber zu Ende geht, gibt es ganz zum Schluss noch, außer Gerd, du hast noch irgendeine andere Frage. Nein, nein, alles gut. Geht es ganz zum Schluss noch in das kurze A-B-Wechselspiel, lieber Nico. Das heißt, du kriegst von mir ein Für und ein Wider und darfst dich für eins der beiden Dinge gerne entscheiden. Deswegen fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? CD, Schallplatte. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Apple oder Google? Weder noch. Ich entscheide mir nicht. Linux. Okay, schön. Offline. Analog. Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Bauernhaus am Land. Auto oder Fahrrad? Fahrrad und Auto. Nein, Fahrrad. Im Auto dann vorne oder hinten sitzen? Vorne. Am Lenkrad. Steuer. Sagen deine Mitmenschen von dir, dass du ein guter, sag deine Frau, sag deine Kinder von dir, dass du ein guter Fahrer bist? Nein, den ist immer nur schlecht. Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Aluhut. Okay. In Sachen Adrenalin, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder Fliegenfischen? Motorradfahrer, nur fahre ich nicht Motorrad, weil da würde ich, glaube ich, keine drei Tage leben. Okay. Star Wars oder Star Trek? Also wirklich weder noch. Ich habe beides noch nie gesehen. Okay. Okay. Kaffee oder Tee? Je nach Phase des Lebens. Gerade bin ich in der Tee-Phase. Okay. Steak oder Falafel? Steak. Das hat es nicht allzu lange gedauert? Blutig. Okay. Okay. Ich muss jetzt noch einmal kurz zurückfragen. Du hast wirklich Ferrari gesagt, oder? Ja, ich habe auch gestockt. Ja, also man kann das jetzt natürlich mit dem Hang zum Analogen erklären, weil du hast ja auch CD und Schallplatte gesagt, aber bei deinem Job und bei dem, was du tust, wundert mich jetzt schon, dass du nochmal auf den Verbrenner rekurrierst. Was hat es damit auf sich? Wahrscheinlich einfach zehn Jahre lang General Motors und nur Spritgröne-Fahrzeuge, genau. Hast du noch einen Verbrenner? Ja, ich habe ja auch. VW-Busse in den alten. Okay, aber das ist jetzt nicht der, wo der Verbrennungsmotor zum großen Faszinosum beiträgt, oder? Nein, nein, nein. Also Ferrari ist einfach deswegen, ich hatte noch nie einen und wenn ich Kohle hätte, würde ich mal einen Ferrari hinstellen und einen Takan. Ganz einfach. Wenn ich mal Musik haben will, dann schalte ich einen Ferrari ein und trete mal fünfmal aufs Gas und wenn ich gemütlich fahren will, oder das heißt gemütlich, wenn ich einfach ruhig, leise fahren will, dann würde ich natürlich den Takan nehmen. Keine Ferrari. Ja, ist klar. Sehr gut, dann haben wir das auch eingeordnet. Vielen, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich fand es mega spannend und ich glaube, dass unsere Zuhörer auch sehr, sehr viel für ihren Umgang mit ihren Elektroautos lernen können aus diesem Podcast. Das glaube ich auch von mir nochmal. Vielen Dank, Nico. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass es jetzt endlich geklappt hat. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und auch nochmal sorry für meine Stimme. Ich glaube, es hielt sich einigermaßen in Grenzen. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag und deswegen freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.demove-magazin.de Hinterlasst gerne einen Kommentar bei iTunes und wo es euch sonst gefällt und sagt uns, ob euch der Podcast gefallen hat oder ob ihr vielleicht auch ein anderes Thema noch hören wollt. Übrigens, falls ihr noch eine Frage habt an den Nico, lasst die uns auch gerne wissen. Ich leite das an Nico weiter. Ich hoffe, das dauert dann keine anderthalb Jahre, bis ihr eine Antwort bekommt, so wie wir es gebraucht haben, um einen Podcast zu schaffen. Ansonsten sage ich nochmal vielen Dank an euch beide, an dich, Gerd, an dich, Nico und an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Servus.